Hallo, ich möchte gern Filmfrühstücken. Hallo, hallo, hallo und willkommen zu einer weiteren Episode des Filmfrühstücks auf filmtoast.de. Mein Name ist Kenan Hasitsch und heute haben wir eine interessante Mischung aus einem Nachgeholt und einem kleinen Fokus. Denn wir setzen uns heute mit einem legendären Regisseur auseinander, niemand anderen als Sergio Leone. Das mache ich heute aber nicht alleine, wie immer, und begrüße heute seit längerer Zeit mal wieder den Sascha. Hallo. Na Sascha, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Es ist sehr warm aktuell und gleichzeitig sehr nass überall. Deswegen ist bei mir in meinem Recording-Zimmer sind angenehm tropische Verhältnisse. Aber ich habe mir gedacht, für Sergio Leone und für dich tue ich mir das an und quatsche einfach mal ein bisschen in dieses Mikrofon hinein. Wunderbar. Bei mir ist es auch ähnlich. Viele saunamäßige Verhältnisse hier, als würden, ja, es fehlen eigentlich noch die Typen, die noch ein Handtuch anhaben und mich gleich angreifen werden. Hier wie im klassischen Eastern Promise P.T. Anderson Style, das fehlt hier noch. Aber, ja, passend natürlich zum Ambiente heute, denn wir werden zu einer bestimmten Filmografie von Sergio Leone eintauchen, und zwar über die Dollar-Trilogie, wenn wir heute reden. Und das wird der erste Teil unserer nachgeholt-Fokus-Sergel-Leone-Reihe, weil wir auch noch eine zweite Folge rausbringen werden, wir beide. Und zwar werden wir dann über die Amerika-Trilogie reden und da mal einen kleinen Roundup machen zu einer Perspektive, die wir jetzt bisher noch nicht behandelt haben. Und dazu halt einfach auch ein bisschen mal im Podcast talken werden. Denn wir nehmen halt hier auch verschiedene Perspektiven ein, denn du, Sascha, bist ja auch jemand, der mit Leone noch gar keinen Kontakt hatte vorher. Das ist vollkommen korrekt. Und da bin ich natürlich schon sehr gespannt drauf, was dahinter steckt und wie du auch die heutigen Filme auch finden wirst. Ich bin ja ein bisschen aufgewachsen mit Leone und mit Western und bin auch gespannt, ja, welche Punkte ich da noch selber mit einbringen werde mit in der Diskussion. Ich habe mir natürlich auch die Filme nochmal reingezogen und bin auch gespannt, wie das jetzt auch gerade im Reflektieren dazwischen nochmal passieren wird. Aber bevor wir natürlich in diese Western-Schiene einsteigen werden, meine obligatorische Frage wie immer, was wurde zuletzt gesehen? Ja, ich habe mir ein paar Sachen jetzt zuletzt angesehen, aber... Pick dir einen schön raus. Ich sage mal, unmittelbar vor, also nicht gerade unmittelbar vor der Aufnahme, aber gestern Abend habe ich mir noch The Beaver angesehen. Das ist ein Film von Jodie Foster, mit Jodie Foster und Mel Gibson in der Hauptrolle. Und in Nebenrollen dann auch noch Jennifer Lawrence und Anton Jelchin, der ja leider sehr früh verstorben ist. Und in The Beaver, oder zu deutsch, also Der Beaver, geht es um Mel Gibson. Und der spielt einen in Depressionen geratenen Firmen-CEO, der dessen Leben halt durch seine Depressionen bestimmt ist und der ja nicht mehr so richtig klarkommt. Und in einem, ich sage mal, in einem Selbstmordversuch findet er ein altes Kuscheltier. Das ist so eine Handpuppe, das ist ein Biber, deswegen heißt der Film auch Der Biber. Und ja, er beschließt fort, also seitdem, dass der Biber für ihn redet. Und ja, seine Personality quasi ändert sich um 180 Grad und er wird wieder lebensfreudiger, so. Allerdings redet er nur noch, also nur noch über diese Handpuppe, so. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und der, ich sage mal so, der hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Jetzt, wo du ihn noch mal beschreibst, erinnere ich mich ja an den Film. Ich hatte gerade beim Titel total Schwierigkeiten, ihn zuzuordnen. Aber jetzt mit der Handlung, die du verraten hast, ich habe den mal in der Form gesehen, auf jeden Fall. Aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja, also der hat mich auf jeden Fall sehr überrascht, sage ich mal. Also ich habe mir den nur angemacht, weil, also ich nehme an, der Amazon Prime-Kanal-Filmlegenden wird heute auch noch mal eine Rolle spielen. Und der ist ebenfalls in diesem Kanal enthalten. Und ich habe mir irgendwann mal, habe ich mir gesagt, ich will alle Filme von Jennifer Lawrence sehen. Und da war der irgendwie dann dabei. So, und dann habe ich mir gedacht, guckst du dir den mal an? Und ich bin wirklich positiv überrascht. Also der ist wirklich sehr, ja, sehr bewegend, sehr emotional auch. So, der hat ein gutes Timing, was seine Wechsel zwischen Comedy und Drama angeht. Weil er ist halt durch diese Puppe natürlich schon sehr witzig. Aber halt durch diese ganze Depressionsthematik, die der aufmacht, auch schon sehr ernst eigentlich. Also der zieht das Ganze nicht ins Lächerliche. Und ja, Mel Gibson spielt tatsächlich richtig toll. Also, dass ich das mal sage, hätte ich auch nicht gedacht. Aber Mel Gibson spielt richtig toll in diesem Film. Und auch so schön zu sehen, dass er halt von Jodie Foster inszeniert wurde. Weil ich wusste gar nicht, dass die auch mal hinter der Kamera was macht. Aber das hat mich alles sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Der Biber. Sehr gut, sehr gut. Also klare Empfehlungen deinerseits. Mhm. Okay. Ja, bei mir würde ich sagen, was willst du hören? Den, den ich zuletzt gestreamt oder den ich zuletzt im Kino gesehen habe? Mach mal Kino. Mach mal Kino, okay. Ja, ich habe zuletzt Blue Beetle gesehen. Das war ja der letzte Kinofilm. Ist jetzt auch schon ein paar Tage her, dass ich ihn gesehen habe. Und zwar, wir haben heute Aufnahmedaten am 24. August. Am 20. habe ich ihn gesehen. Und ja, ich fand ihn erwartungsgemäß nicht gut. Ich habe da sowieso nicht viel erwartet. Der Trailer hat mich nicht angefixt. Aber es ist natürlich jetzt so, ja, dieser Mischmasch aus finaler Film aus dem DC-Kanon, bevor James Gunn übernimmt. Oder ist es doch der erste Film aus dem James-Gunn-Universe? Weiß man nicht so ganz genau. Es geht ja auch um eine Figur, die jetzt nie sonderlich in der Popkultur die große Rolle gespielt hat. Der Blaues Karabeus. Hier Heime, der ihn verkörpert, der in einer sehr futuristischen Stadt groß geworden ist. Und dann seine Familie aufgrund von Gentrifizierung droht, auf die Straße gesetzt zu werden von einer großen Corporation. schafft es irgendwie durch Verwicklungen in den Blue Beetle zu schlüpfen. Einen quasi so einen Iron-Man-Ectoskelett-artigen Anzug, der ihn dann große Fähigkeiten verbreitet. Also es ist basically ein bisschen eine Mischung aus Mexican Iron Man und klassischer Origin-Story. Ja, ich mochte den Film leider ein wenig, weil er sowohl optisch mir nicht viel hergegeben hat, fand ich. Die Story sehr klassisch. Nichts, was man großartig nicht schon gesehen hat, wie eine Heldengeschichte entsteht. Und gepaart mit sehr vielen doch modernen Tropen, die mich persönlich sehr gestört haben. Weil ich frage mich heutzutage beispielsweise bei Superhelden-Filmen, warum ist jetzt mittlerweile jeder zweite davon so ein Familienensemble-Film, wo die Familie auch im Prinzip die 70 Prozent der Heldenarbeit verrichtet, was für mich immer irgendwie relativ unglaubwürdig wirkt in so einem Superhelden-Film. Dann gleichzeitig die Art und Weise, wie Dialoge erzählt werden, die Liebesgeschichte, die dort transportiert wird. Und auch, sind wir ehrlich, was für eine Verschwendung von Susan Sarandon als Bösewicht. Ja, voll. Also ich hab ja für Filmtoast auch die Rezi dafür geschrieben. Und ich kann dir in sehr vielen Punkten dazu stimmen. Und ich muss auch sagen, ich fand die Familiendynamik in dem Film war somit das Beste eigentlich. Und der Rest, also auch so, weiß nicht, es hat mich sehr viel, hat mich da sehr abgeturnt, sag ich mal. Also auch so diese, also die Bösewichte fand ich halt richtig verschwendet. So, also halt auch so, so richtig, ja, so eindimensionales, ja, wir sind die Böse Corporation und wir brauchen das Artefakt, um eine Waffe herzustellen. Haha. Also das ist halt alles irgendwie, weil irgendwann sollte man sich mal vielleicht überlegen, ob man auch was Neues erzählen möchte. Ja, ich hab mich auch gleichzeitig im Kino auch schon gefragt, so, ich hab 2016 beispielsweise, als der erste Doctor Strange Film rauskam, hab ich mir schon gedacht, ja, der fühlt sich schon irgendwie schon ein bisschen leicht nach Fließbandware an, irgendwie aus der Formelhaft so, das hatte ich so im MCU damals das erste Mal so ein bisschen gespürt. Und da frag ich mich dann schon mittlerweile, was ist das dann mittlerweile? Weil irgendwie fühlt sich das alles sehr gleichgeschaltet an und irgendwie hat man das alles schon hunderttausend Mal gesehen. Und es hat ja auch visuell irgendwie auch wirklich keine neuen Anreize, die es so besonders machen. Bei Doctor Strange jetzt als Vergleich, wenn ich ihn gerade schon eingeführt habe, der hatte wenigstens noch seine Visualitäten gehabt, die herausgestochen sind, weil er das Inception-mäßige, Traumhafte durch diese Realitätsverzerrungen noch hatte. Hier wirkte alles sehr schnell und sehr, ja, sehr schnell zusammengeschustert einfach. Und da merkst du auch wieder an, dass es mit dem Budget auch nicht vernünftig umgegangen wurde, was schade ist. Aber man sieht ja auch wieder an der Kasse, der Film floppt ja jetzt aktuell auch gerade dermaßen, der hat ja in den Previews nur ein Drittel das, was Flash eingespielt hat. Und Flash ist ja schon ein historischer Flop gewesen, der wird auch wahrscheinlich nichts reißen. Aber wen interessiert auch der Blue Beetle, muss man natürlich auch sagen. Ja, das stimmt. Aber wir sind nicht hier, um über DC zu halten. Wir sind hier, um über Sergio Leone zu halten. Wir sind gespannt, wir sind gespannt. Ja, du bist ja schon quasi so ein kleiner Schelm, der sich ja noch nie möglich mit Sergio Leone auseinandergesetzt hat. Aber du hast es von den Namen wahrscheinlich schon gehört und da würde ich schon mal gerne wissen, was war so dein erster Ankerpunkt mit dem guten Sergio Leone? Ja, schwierig. Also so einen genauen Punkt kann ich da nicht so richtig festmachen, weil also natürlich, als ich klein war, lief dann auf Kabel 1 schon mal so zwei glorreiche Halunken oder spiel mir das Lied vom Tod. So, das waren natürlich immer Filmtitel, die ja schon immer irgendwie, ich sag mal, in meiner Wahrnehmung waren. Und ich bin mir auch sicher, ich spiel mir das Lied vom Tod bestimmt auch mal irgendwann auf Kabel 1 gesehen oder so. Aber das ist so lange her, da habe ich mich noch nicht mit Filmen beschäftigt. Und das ist dann alles so langwierig immer so, wenn man dann neun ist, sag ich mal. Und weiß nicht, das hat mich dann nicht so angesprochen. Und keine Ahnung, wenn, weiß nicht, Leone ist halt dann auch so, wenn man sich anfängt mit Filmen dann zu beschäftigen, ist das halt auch irgendwann so ein Name, der dann halt da auftaucht bei Meisterregisseuren. Und dann sieht man, was der gemacht hat und denkt sich, ja, das sind vieles von diesen Filmen. Ich meine, er hat jetzt nicht so viele Sachen in seiner Filmografie vergleichsweise, sag ich mal. Aber sehr viele von diesen Filmen gelten dann ja schon als Klassiker, also auch als zeitlose Klassiker. Oder generell die Namen auch von den Titeln, die wir heute besprechen, das sind ja alles Sachen, die, weiß nicht, also in meiner Wahrnehmung sind die halt irgendwie immer, immer da gewesen. Und deswegen würde ich halt sagen, also einen direkten Punkt, wo ich sagen würde, ah ja, klar, Sergio Leone, geil, so, gab's nicht. Ja, und ich denke mir dann immer Anfang des Jahres, überlege ich mir immer, welche Filmreihen oder Regisseure mich interessieren und die ich gucken möchte. Und da war dieses Jahr halt einfach dann Leone dabei, weil das halt einfach, also wie gesagt, der hat viele, also nicht so viele Filme, die aber, ja, länger sind. Und dann hab ich mir gedacht, über das Jahr kann ich das ja mal angucken. Und dann hast du dich ja dafür bereit erklärt, das mit mir zu machen. Ganz genau, weil, wie gesagt, ich bin, anders als du dann, mit Leone groß geworden. Ich bin eben über die Kabel-1-Filme damals reingekommen. Ich bin mir das Lied vom Tod früh gesehen, Dollar-Filme gesehen. Und wie gesagt, ich bin dann halt ein sehr Western-affiner geworden. Die ganzen Bud Spencer, Terrence Hill-Sachen früher ja auch gerne geschaut. Also deswegen hat das auch für mich immer einen sehr hohen Stellenwert, auch für mich in meiner Kindheit gehabt. Und ich schau immer gerne, auch gerade wenn im Kino mal was Neues, Western-mäßiges mal kommt, schau ich da auch immer gerne mal rein. Meine zweite Frage wäre dann auch, bevor wir dann zu den Filmen kommen, hat der Western überhaupt für dich einen Stellenwert dann auch gehabt? Ich weiß nicht, oder hast du es komplett ignoriert in deiner Kindheit? Also jetzt nicht nur Italo-Western, wie jetzt Leone, sondern auch so jetzt John-Ford-eske Western aus Amerika. Ja, also same, wie ich eben gesagt habe. Also sowas ist halt immer mal wieder irgendwie aufgeploppt und dann hat man sowas mal geguckt. Aber das war halt noch zu einer Zeit, wo ich halt nicht aktiv Filme geschaut habe, sage ich mal, sondern das lief halt dann einfach. Ich würde sagen, der erste Western, den ich mir aktiv und bei vollem Bewusstsein angeguckt habe, war wahrscheinlich Django Unchained. Was wahrscheinlich ein Sakrileg ist für echte Western-Fans. Aber ich habe jetzt erst nach, wie soll ich sagen, also so richtig mal reingeguckt in so klassische John-Wayne-Sachen und sowas, habe ich erst, nachdem ich The Fablemans geguckt habe dieses Jahr, weil da geht es ja auch zum Schluss um John Ford und so. Und um Spielbergs Liebe zum Film und sowas. Und dann habe ich halt mal gedacht, okay, dann guckst du dir halt mal so ein paar John-Ford-Sachen an. Und das war auch, also jetzt nicht so meins, muss ich ehrlich sagen. So, das hat mich alles nicht so richtig gepackt. Also ich mag halt diese Tarantino-Western, die finde ich gut, aber das ist ja jetzt kein klassischer amerikanischer Western, würde ich sagen. Ist ja mehr so Neon-Western und halt ein bisschen Alternative-History-Schiene. Sehr exploitativ. Genau, genau. Das ist eine Mischung aus verschiedenen Genres mit Western vielleicht als Obergenre, was da hervorgeht, gerade jetzt bei Django Unchained und auch Hateful Eight beispielsweise. Ja gut, da sind wir dann natürlich zwei verschiedene Parteien, die anders groß geworden sind. Ich meine, ich bin ein großer Fan von John Ford. Ich mag ja The Searchers zum Beispiel sehr gerne. Stagecoach ist ein toller Film. Und wie auch in The Fable Man es ja auch erwähnt wurde mit Ford, er ist halt einer der beeindruckendsten Landschaftsfilmer ja auch gewesen. Der es ja auch schafft immer, diese Ruhe und diese Verdrissenheit des amerikanischen Westerns irgendwie nach vorne zu treiben und halt irgendwie doch mehr zu erzählen, als es jetzt nur am Ende der klassische Cowboy, der sich um die Stadt duelliert mit dem Sheriff oder dem Kopfgeldjäger. Das, was im Italo-Western natürlich auch sehr viele Motive natürlich auch aufnimmt, auf die wir auch später noch zu sprechen kommen, ist das auch nochmal ein ganz anderer Ansatz natürlich hier in der Welt. Sonst gibt es natürlich aber auch Clint Eastwood selbst, der dann auch später im Western ja auch aktiv war und selbst Regie geführt hat. Ich meine, man sieht ja heute noch so einen Cry Macho, der immer noch diese Western-Line hatte, aber auch natürlich sowas wie Unforgiven. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aus dem Jahre 92, damals auch Oscar ausgezeichnet gewesen mit Eastwood in der Hauptrolle, mit Gene Hackman, mit Morgan Freeman. Liebe ich auch zum Beispiel, ist halt ein super Anti-Western, super Neon-Western, wo man halt so ein bisschen diese Helden-Narrative auseinander gedröstet hat. Sowas liebe ich halt. Aber auch so den modernen Ansätzen, die ja auch immer mal wieder im Western dann vorkommen, wenn halt auf einmal so die Coen-Brüder auch dann mal ins Western gehen. Ich meine, Ballad of Buster Scruggs hatte ja seine Western-Anleihen gehabt, aber auch zum Beispiel ... True Grid. Bitte? True Grid, genau. Der war auch zum Beispiel sehr Western-Anleihen. Auch No Country for Old Man hat ja auch seine Anleihen aus den Western gezogen. Also es gibt immer wieder die Versatzstücke, die Western-Filme haben. Die sind halt heutzutage nicht mehr zeitgemäß, weil die halt eine andere Form von Blockbuster-Kino natürlich darstellen. Früher waren es halt Western-Filme, die halt gerne im Kino gesehen wurden. Heute sind es halt Superhelden. Es gibt ja immer wieder den Wagenvergleich, dass die sehr ähnlich sind und dass man natürlich auch gerade auf so eine Welle der Übersättigung auch bewegt. Jetzt um mal den Kreis zu Blue Beetle auch noch zu schließen, den wir gerade hatten. Ist natürlich immer sehr spannend. Und gerade wenn man Leute auch heutzutage fragt, schaut ihr überhaupt gerne Western-Filme, fällt die Antwort eher negativ aus? Oder wenn man eben nicht direkt damit groß geworden ist oder es nicht aktiv im Kino miterlebt hat, dann sind Western-Filme doch meist immer eher heutzutage sehr belächelt und wirken dann immer so eher, man denkt an B-Movies dann daran und nicht, dass es halt große Kassenschlager waren, wie es halt beispielsweise jetzt eine andere Gartung von Filmen sind, auf die wir jetzt zum Beispiel kommen. Denn wir reden halt natürlich über die Dollar-Trilogie, aber wollen auch noch kurz natürlich auch zu Leone noch ein bisschen was sagen, was er auch noch vorher gemacht hat, denn sein allererster Film, wo er als Regisseur credited wurde im Vorspann und zwar, der Film hieß der Koloss von Rodos. Koloss von Rodos kennt man ja natürlich so ein bisschen über diese riesige Bronzestatue, ich meine, die auch sehr viel natürlich immer wieder in der Popkultur zitiert wurde. Man erinnert sich natürlich an Game of Thrones mit der Insel Braavos, wo natürlich eine Anleihe daran gefunden wird. Und 1961 hat dann Leone den Film inszeniert, jetzt kein großes Ding geworden, jetzt auch kein großer Star dabei war. Der bekannteste vielleicht noch daraus halt Rory Calhoun, der mitgespielt hat, der damals in Hollywood halt seine vielen Filme gemacht hat, die auch gerade im Western-Bereich, in Laurel und Hardy, man mitgewirkt hat. Aber sonst auch eher ein kleiner Film, in dem man sich jetzt nicht großartig ändert. Das Einzige, was mich am meisten überrascht hat, wie lange der Film dann doch wiederum ging. Ja, voll. Ist halt ein italienischer Abenteuerfilm. 1961 zählt natürlich auch zum Sondalen-Filmgenre, was damals zu der Zeit in den 50ern ein Riesending war. Ben Hur erinnert sich natürlich jeder ganz groß natürlich für die Filmindustrie gewesen, gerade für die amerikanische. Koloss von Rodos, dann halt aus der italienischen Filmindustrie geboren und war einer der wichtigeren Werke aus den 60er, 70er Jahren, wo das halt noch größer war. Und ja, kurzer Eindruck dazu, wie fandest du den Film? Den hast du natürlich jetzt nicht als allererstes wahrscheinlich geschaut, wenn es um Leone-Filme geht, aber den hast du jetzt so als Zwischenprojekt geschaut. Ich habe den heute mir nochmal reingezogen, weil ich den habe auch mal gesehen, zwei, dreimal, aber als ich jünger war, aber jetzt auch das erste Mal seit Jahren mal wieder. Ja, es ist natürlich so, als Debütfilm ist das natürlich schon so ein Mammut, muss man einfach sagen, sowas zu verfilmen. Direkt so ein zweieinhalbstündiges, antikes, weiß nicht. Also Koloss von Rodos ist ja auch eine Geschichte, die man kennt. Also eines der sieben Weltwunder der Antike und sowas. Weiß nicht, ich fand es sehr langatmig und hat mich so generell eher nicht so gecatcht. Aber auch Sandalenfilme sind auch so ein Genre, was ich bis jetzt noch nicht so richtig erforscht habe. Also klar kenne ich Ben Hur und so, aber weiß nicht, hat mich jetzt nicht so gepackt. Aber ich fand es sehr, sehr beeindruckend, wie die Effekt und die Setarbeit bei dem Film ist. Also die haben da zum Schluss im letzten Drittel, wo die dann auf den Koloss raufklettern und im Kopf vom Koloss kämpfen und sowas. Das ist für 61 sieht das schon sehr cool aus, finde ich. Aber ich weiß nicht, dass der, ich sag mal so, der Rest, die restlichen zwei Stunden sind dann so das Problem. Ja, es ist definitiv halt ein eher mittelmäßiger Sandalenfilm. Es gibt einfach bessere, die zu der Zeit und davor auch einfach rauskamen. Was halt heraussteht, ist wirklich die Ausstattung, die Art und Weise, wie man alles aufgebaut hat, wie die Kostüme sind. Und es hat schon definitiv einen überdurchschnittlich produzierten Wert. Die Tricktechnik ist ziemlich gut gemacht. Es kommt, ich denke, wenn man sich den nochmal so im Kino anguckt, kommt auch ein gewisser Zauber auch durch. War aber, denke ich mal, durchaus mal ein wichtiger Schritt, mal zu schauen, wohin Leone gehen wird gerade. Und Leone wird halt später in seiner Filmografie natürlich eines mitnehmen, und zwar die Art und Weise, wie er die Filme technisiert hat. Leone ist jetzt gerade in seiner Anfangszeit nicht derjenige gewesen, der jetzt die großen Geschichten erzählt hat, sondern eher der handwerkliche Regisseur war, meiner Meinung nach. Und hier merkt man das auch schon, finde ich. Man hat eine sehr mittelmäßige Geschichte, die aber durchaus technisch wertvoll umgesetzt wurde mit guten Kulissen, mit guten Kampfproduktionen, interessante Szeneneinsätze. Und da merkt man schon, da ist ein gewisses Talent vorhanden. Nur halt braucht man natürlich auch ein gutes Drehbuch, was einen da über die Stange hält. Das, denke ich mal, kann in einem Sandalfilm dankbar und auch undankbar sein, muss man natürlich auch sagen. Ja, wobei man auch so bei den Kampfszenen, also da komme ich gleich bei Fistful of Dollars nochmal zu, da merkt man auch hier, weiß nicht, also wenn die so richtig theatermäßig da sich die Schwerter unter die Achsel stecken, wenn sie getroffen wurden, so, das ist schon, das war schon ein bisschen cringy. Aber, weiß nicht, oder am Anfang wird da mit so Pfeilen und Wurfdeutschen, glaube ich, geworfen und die fallen dann so richtig komisch um, so, so richtig überdramatisiert. So, das sind immer so Sachen, wo ich mir dann immer so denke, ach komm Leute, das war auch 61 schon nicht geil, aber. In der italienischen Nachkriegsfilmindustrie ist das nochmal ein ganz anderer Kostenwert als in der USA, das darf man ja auch nie vergessen. Ja, stimmt, das stimmt. Es ist ja keine amerikanische Produktion, da hätte man wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Möglichkeiten gehabt, auf jeden Fall. Aber das trägt, ich sag mal so, sowas kritisiere ich jetzt nicht so hart, aber ich verstehe total, was man meint, dass es einer aus dem Film auch ausreist. Ja, das ist jetzt auch kein Kritikpunkt, wo ich sagen würde, deshalb ist der Film schlecht oder sowas, aber das ist halt schon immer was, wo ich mir dann, wo ich dann schon so ein bisschen mit den Augen rollen muss und denke so, ach ja, okay, ist er okay, er ist 60 Jahre alt, ja, ist okay. Ja, und zählt ja auch jetzt nicht zu den großen Werken, die Leone ausmachen, sondern es ist halt so ein Einstiegswerk gewesen, mit dem man arbeiten musste, hatten ja viele Regisseure gehabt, nehmen wir mal Hitchcock, dessen ersten Filme jetzt auch, wenn man sie nochmal betrachtet, nicht wirklich gut sind oder auch Stanley Kubrick, wenn man da nochmal zurückgeht, gibt es auch ein paar, wo du denkst, naja, das da ist ja noch nicht da, wo er später sein wird. Und das gehört halt dazu, gerade in der Zeit, wo man auch sehr viel mit Auftragsarbeit auch noch beschäftigt war und man noch nicht die kreative Freiheiten als Filmemacher genießen konnte, was dann erst später der Fall war. Aber ja, kommen wir dann direkt zu den Filmen, würde ich mal sagen, und zwar starten wir nämlich mit für eine Handvoll Dollar an. Drei Jahre nach Koloss von Rodos 1964 kam er, hatte seine italienische Erstaufführung am 12. September 1964 gehabt. Spannend finde ich halt nämlich die verschiedenen Veröffentlichungen, die der Film zu der Zeit hatte. In Deutschland kam er zum Beispiel am 5. März 65 raus, in Spanien zum Beispiel 27. September 65 und in den USA erst 67, sogar erst im Januar. Und finde ich immer wieder sehr interessant, wie weit das doch immer abgewichen ist in den früheren Zeiten, wo wir doch heute uns immer noch gerne mal ärgern, dass Filme nicht ganz parallel immer rauskommen und ein paar Mal verschoben sind. Und hier sind es teilweise Jahre, das ist sehr amüsant zu beobachten und ja, hat eine Laufzeit von 99 Minuten, also hier mal ein bisschen kürzer und knackiger als sein Budget, beträgt rund 200.000 US-Dollar zu der Zeit. Ein Spielergebnis sehr erfolgreich gewesen mit 19,9 Millionen US-Dollar und Buch und Regie führte Sergio Leone und der Film basiert selbst auf den japanischen Klassiker Yojimbo. Vielleicht ein Film, von dem du gehört hast, aber dazu kommen wir gleich, von Akira Kurosawa, ein Samurai-Film. Und an der Musik haben wir natürlich mit schon dabei gewesen, die große Legende Ennio Morricone. Hier natürlich noch nicht komplett in der Kontrolle gewesen, wie er es später haben wird, aber wird hier auf jeden Fall am meisten noch gecredited. An der Kamera mit Massimo Dallamano, den man halt auch noch aus anderen Projekten kennen wird, die wir heute besprechen werden. Und im Cast natürlich, ja, die Legende selbst für den Italo-Western, Clint Eastwood, der Joe, den Fremden spielt. Dann haben wir auch eine sehr internationale Produktion gehabt, wo unter anderem auch deutsche SchauspielerInnen auch dabei waren. Mariana Koch zum Beispiel, die Marisol spielt. Wir haben Wolfgang Luxchi, der John Baxter spielt. Wir haben Jean-Marie Volonté, der Ramon Rojo spielt. Sieghard Rupp spielt Esteban Rojo und Josef Egger spielt Peripero, der Sagtischler, der zu Beginn im Film doch eine größere Rolle noch spielt. Und bewertungstechnisch haben wir auf Letterboxd 3,9 von 5, IMDb 7,9 von 10 und auf Rotten Tomatoes ascht der gerade 98 Prozent von 100. Also ziemlich gute Bewertungen erhalten, wird also in der Film-Community ganz gut gefeiert. Wie wir finden, wer fahren wir dann gleich. Aber erst mal die Story kurz zusammengefasst von Sascha. Ja, tatsächlich ist die Handlung von für eine Handvoll Dollar, also man könnte sie relativ schnell zusammenfassen und ich glaube, das werde ich auch tun. Es geht um einen namenlosen Mann, also es wird hier, also du hast ihn gerade eben schon Joe genannt, Kenan. Ja, und der kommt in ein Dorf und in diesem Dorf gibt es zwei rivalisierende Banden von Gangstern und er, ja, er beschließt so halt so ein bisschen für beide was zu machen und die gegenseitig auszuspielen. Also das ist so, würde ich sagen, der Elevator-Pitch schon von The Fistful of Dollars. Schön kurz und knackig, wie man es auch gerne mag. Ja, tatsächlich lässt sich das auch so leicht auch zusammenfassen halt, wenn man wirklich die Story beschreiben will. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir hier, da der Film auch schon natürlich seine Länge hat, sein Alter auch schon hat, würde ich sagen, wir werden aber über Spoiler reden. Also hier schon mal Spoiler waren für die Leute, die noch nie diesen Film gesehen haben. Holt ihn nach, kommt gerne wieder. Spoiler, 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 Spoiler hier. Weil es bringt halt nichts, über alte Filme zu reden und dann so zu tun, als ob man drumherum reden muss. Da bin ich immer ehrlich, das mag ich nicht. Und deswegen hier unsere Spoiler-Warnung. Dementsprechend steigen wir dann in den Film ein und wollen natürlich über den Aufstieg einer großen Legende reden. Clint Eastwood selbst, der den Fremden halt hier in den Filmen spielt. Man nennt ja auch gerne die Donner-Trilogie auch die Trilogie vom Man with No Name, sagt man auch immer mal gern so in Insider-Kreisen. Und natürlich wird dieser auch auf Anhieb zur Kultfigur. Ich meine, man sieht natürlich Eastwoods Look, dieser hohe, stoische Held mit der Zigarre im Mund, der Vollbart, der wirklich klassische Poncho-Hut, der Revolver, der zuzieht. Also ästhetisch und ikonografisch natürlich halt schon sehr stark das manifestiert, was dann später den Italo-Western auch ausmacht. Gerade den Look, gerade dieser ja schon Anti-Held, den man da mitgibt, der keine Mühen scheut, Leute zwar zu befreien, aber natürlich auch immer wieder darauf setzt, artgerecht dafür bezahlt zu werden. Der Outlaw, der keine Heimat wirklich hat, sondern halt eher umherwandelt. Ja, wie hat dir die Figur insgesamt gefallen? Hat Eastwood für dich genau das ausgestrahlt, was viele Leute damals instant empfunden haben für ihn und ihn dadurch auch direkt zum Kultcharakter gemacht haben? Und was hat dich für ihn ausgezeichnet? Ja, also generell natürlich schon. Also ich finde, also erstmal diese, also Eastwood spielt ja nicht dieselbe Figur in diesen drei Filmen, sondern er ist ja immer nur ein namenloser Held, aber er ist nicht der gleiche namenlose. Genau, das werden wir auch noch, wenn wir dann bei den nächsten Filmen sehen, die Credits und den Cast vorlesen, immer auch andere Namen wiedersehen. Ja, und ich finde schon, dass er so eine, eher so eine, so was Mysteriöses ausstrahlt, was ihn halt als Figur sehr interessant macht, so weil, weißt du, er taucht da so auf und man weiß halt nicht, wer das ist, aber man weiß, er ist halt irgendwie, also man sieht ja auch direkt, wie er mit dem Revolver umgehen kann und so. Und das ist schon so was, was so, ich sag mal, Eindruck schindet und ich glaube, dass, also wenn sie das damit erreichen wollten, dass es halt auch so eine ikonische Figur wird, dann haben sie das auf jeden Fall geschafft, weil dadurch, dass er halt auch kein, also, dass er im Zweifel namenlos ist, ist es ja halt auch so ein bisschen auf jeden anwendbar, sag ich mal. Also, jeder in der Grundschule konnte der namenlose Cowboy sein, so ein bisschen, weißt du, und ich glaube, das, das ist schon was, was halt cool ist und damit würde ich ihn jetzt auch, also nicht nur in diesem Film, sondern auch in den anderen beiden Filmen, die wir heute noch besprechen, dass, also, da gibt es relativ wenig auf den ersten Blick, was sich da charakterlich unterscheidet, so, aber er ist halt immer dieser coole Ganzlinger einfach und das, das funktioniert sehr gut. Ja, muss ich, muss ich dir auch zustimmen, das ist halt eben, glaube ich, diese Coolness, die halt, ich wurde heute auch immer ausstreitet und diese Karkeit, ähm, die spielen halt, glaube ich, auch einfach, einfach so gut eine Rolle, dass man halt, gerade als jüngerer Mensch oder auch damals Mensch, äh, der, den damals im Kino gesehen hat, hat sich gedacht, so, wow, der ist so cool, der, der, der verkörpert irgendwie das, was damals Maskulinität einfach auch, glaube ich, ein bisschen ausgemacht hat, er, er muss jetzt nicht der große Muskulöse sein, er muss jetzt nicht, äh, der, der, die großen Reden schwingen, sondern er ist ruhig, er kann, er braucht wenig Worte, er überzeugt mehr durch Taten und er schafft es dann eben, äh, innerhalb von wenigen Sekunden mit seinem Revolver, äh, drei, drei, drei Leute direkt umzulegen und das macht ihn natürlich halt gerade zur Figur, äh, sehr nahegehend, äh, gerade auch für ein sehr männliches Publikum, die darauf gestanden haben, ich meine, das weibliche Publikum hat natürlich Clint Eastwoods Aussehen natürlich, äh, zu der Zeit wahrscheinlich sehr, sehr bewundert und, äh, ja, konntest du dir auch direkt, als du den Film gesehen hast, also, äh, für den Anfall Dollar, dir auch direkt vorstellen, mehr auch davon zu sehen und hast ja auch direkt so gedacht, so, ja, ja, ich kann total verstehen, warum der Charakter, beziehungsweise diese Art von ikonischer Figur oder Handlung, ähm, die, die Eastwood vorantreibt, dass man das in mehr Film verpackt. Ja, auf jeden Fall, also, wenn man bedenkt, auch heutzutage würde es wahrscheinlich im zweiten Film direkt eine Origin-Story geben, so, ähm, und, weiß nicht, ich finde, also, gerade diese, ja, dieses Mysteriöse an ihm macht ihn halt eigentlich wirklich so interessant, ne, dass du halt, dass du es halt nicht weißt und deswegen konnte ich mir schon gut vorstellen, also, er ist einfach eine, eine Figur, der man gerne zuguckt, weil, also, um dich da nochmal zu wiederholen, also, eben, weil er halt einfach macht, so, ne, also, der, du weißt genau, alles klar, jetzt legt er seinen Poncho über die Schulter und jetzt gleich geht's ab, so, ne, also, der, er hat ja schon seine Signature-Moves und das hat, also, das hat auch beim, beim ersten Film schon bei mir direkt gut gezündet. Ja, kann ich auch total nachvollziehen. Gäbe es aus dem Film schon, oder, also, jetzt mal abseits, äh, wenn wir vom Finale mal weggehen, ein Moment, wo du dir direkt gedacht hast, okay, ja, ich mag diesen Charakter total, gibt's so einen direkten Moment, der dich dabei auch gecatcht hat, äh, für irgendwas, das er im Film getan hat? Also, das Finale ist natürlich das, aber wenn du schon sagst, ich darf das Finale nicht nehmen, so, ähm, nee, also, ich, ich, ich hab's jetzt nicht mehr, also, hundertprozentig im Kopf, aber es gibt ja auch so ein, so ein Punkt relativ am Anfang, wo er, glaube ich, auch dann direkt, äh, mit seinem Revolver so drei Typen direkt schnell hintereinander abknallt, so, und das ist halt schon, da hat er schon mal so richtig, äh, sein, gezeigt, was er, was er da kann, so, und das ist so, da weiß man direkt, was das für ein Typ ist. Ja, ich glaube, ich glaube, das, das ist halt auch, äh, eigentlich schon ziemlich cool, auch inszeniert, meiner Meinung nach von Sergio Leone, wie er da ankommt, äh, du hast, du hast diese Interaktion, wie gesagt, mit dem, mit dem Sagtischer, der schon sagt, äh, ja, es wird mal, wir, wir, ich muss, wir, ein paar, 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 neue Säge bauen, passiert jetzt gerade hier nicht so viel, und dann knallt er direkt welche ab, und der so, ja, ich hab mehr Arbeit auf einmal wieder, eine totale Freude ausstreit, und gleichzeitig halt auch immer diese dramatischen Nahaufnahmen auch von seinem Gesicht bekommst, wo du halt auch, äh, den Schweiß der prallen Sonne, ähm, dadurch auch, auch dann mitspüren kannst, und diesen Staub auch schmecken kannst, das macht schon auch die Inszenierung natürlich auch aus, die wesentlich natürlich auch für zukünftige Westernfilme ja auch sein wird, gerade für den Italo-Western, ähm, wie es vor allem in Italien ja auch, äh, immer wieder eine große, äh, Rolle spielen wird, das, das gefällt mir ja auch sehr stark. Ja, generell, also auch so, also im ersten noch nicht so stark, wie jetzt in den nächsten, die wir noch besprechen werden, aber halt immer diese Kontraste auch von diesen super weiten Landschaftsaufnahmen, und dann direkt wieder der nächste Cut zu, man sieht wirklich nur noch die Schweißtropfen auf seinem Gesicht, so, also das, weiß nicht, das, das, das hat so ein ganz, das, obwohl es so weite Aufnahmen sind, so was ganz Bedrückendes irgendwie, so, wo man dann weiß, alles klar, die Stimmung ist gerade so, so sehr fokussiert einfach, obwohl es so weit ist, ne, das, das funktioniert sehr gut. Ja, auch zum, zum einen, weil man auch dann sich, äh, man hat ja auch häufig auch gerne in Spanien ja auch gedreht, in der Wüste, und da war dann auch nochmal, nochmal einfach eine andere Ästhetik, als man es in Amerika gewohnt ist. Und auch, ich finde auch, wie gesagt, Kleidungstechnisch spielt ja auch eine ganz andere, äh, Rolle, wie er auch rüber, rüber inszeniert wird. Es wirkt, es ist halt nicht mehr dieser klassische Chaps-tragende amerikanische Cowboy, äh, der ein bisschen, ein bisschen vielleicht auch unfitter aussah, sondern hier wirkt das einfach auch schon, schon jemand, der viel mehr Posture, ähm, auch einfach einfach hat und viel mehr Charakteristika, die halt irgendwie einen, einen Charakter mehr fixieren, finde ich, als halt so einen glatt gebügelten, klassischen, amerikanischen, ja, Rodeo-Cowboy, um es mal so zu formulieren. Dementsprechend fand ich ja auch schon, dass Leone hier schon eine Figur erschaffen hat, die einfach gänzlich was Neues auch, äh, war und auch gänzlich neu wirkte, finde ich. Hm. Ja, ähm, gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, ähm, ich hab's ja vorhin gerade beim Drehbuch schon erwähnt, ist dieser Film ja auch schon auf den Spuren der damaligen goldenen Ära von, aus dem japanischen, äh, Kino auch natürlich mit, äh, geflossen und ist ja auch so ein bisschen auf den Spuren von Akira Kurosawa. Und Kurosawa ist natürlich auch ein, äh, jemand, an dem sich das Western-Genre natürlich sehr stark orientiert hat. Äh, wir haben jetzt nicht nur Yojimbo jetzt hier, hier erlebt, der als direktes, quasi, ja, Remake, äh, der in einem, der, was aus einem Samurai-Film dann ein authentischer Western wurde. Dann, wir haben's ja auch schon in anderen Western-Filmen erlebt, zum Beispiel die sieben Samurai wurden auch nochmal umgedichtet und daraus sind dann die glorreichen sieben entstanden. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Nee, leider nicht. Hast du Yojimbo, ähm, mal, mal sehen können? Nee, auch nicht, leider, aber ich hab nachdem, also ich wusste das tatsächlich gar nicht, äh, dass das, äh, dass das das Vorbild für Fistole of Dollars ist und ich hab mir den jetzt, ähm, äh, bestellt. Weil ich den auf jeden Fall sehen möchte, weil wir wissen natürlich alle, dass Samurai sehr viel cooler als Cowboys sind. Na, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, okay, dann will ich auch gar nicht so viel verraten, aber es ist schon sehr viele ähnlich Anleihen. Du hast halt auch, um es mal kurz zu erklären, einen Ronin, äh, der, der auch in den Dorf kommt quasi, wo auch zwei rivalisierende Banden Glücksspiel betreiben und, äh, natürlich so ein bisschen das Dorf in Angst und Schrecken versetzen. Und dann kommt natürlich diese Runde rein und tötet natürlich auch halt eben mal schnell drei, drei Leute mit seinem Schwert. Dann, ne, passieren natürlich auch ein paar Verstrickungen innerhalb der Bande und auch gerade spielt natürlich auch die Frage so, ja, okay, was passiert eigentlich, wenn Samurai, äh, oder Schwertkämpfer halt eine, eine Pistole halt mit am Start haben? So, solche, solche Sachen werden dann natürlich gestellt, was auch dann natürlich eine nette kleine Umänderung ist, wenn du, wenn man auf, auf einen Showdown gleich auch kommt, äh, wo dann natürlich auch sowas, äh, Entwaffnendes auf einmal, auf einmal mit, mit, mit am Start spielt. Aber natürlich auch ganz anders inszeniert. Kurosawa hat eine, liebt, liebt die Epik, liebt, äh, auch die sehr virtuose Inszenierung, äh, von Nahaufnahmen, von epischen Kämpfen, von, ähm, Humor vor allen Dingen, der auch dort, dort immer, immer wieder, äh, stark wiederkehrt, äh, sehr viel anders natürlich auch inszeniert. Und das wirst du gerade, wenn du den Film nochmal anguckst, ähm, auch sehen. Da bin ich mal gespannt, äh, erzähl mir dann gerne, wenn wir, wenn wir nochmal, ähm, in der Amerika-Trilogie dann sind, erzähl mir gerne, weil was hast du zuletzt gesehen davon, äh, wie du Jojimbo fandest. Das würde mich dann doch sehr interessieren. Da können wir da nochmal eine Brücke zuschlagen. Aber dann würde ich erstmal hier nicht weiter drauf eingehen. Aber nur, dass wir einfach mal kurz mal drüber geredet haben, dass es halt eben diese, äh, diese, äh, Verkettung davon gibt. Ja, finde ich gut, machen wir. Sehr schön. Dann, äh, wollen wir natürlich über einen großen anderen Aspekt reden, nämlich, wir haben ja hier drei Akteure, die letzten Endes ihre großen Aufstiege, äh, feiern durften, ne? Clint Eastwood, Sergio Leone und natürlich auch der Komponist der ganzen Geschichte, Ennio Morricone, der zu dem Zeitpunkt jetzt nicht der, der anerkannte, große Komponist war, der heute, äh, jetzt ist und war. Natürlich, äh, möge er, möge er im Frieden ruhen. Ähm, Ennio damals natürlich auch schon in der italienischen, äh, Filmindustrie unterwegs, hat schon ein paar Sachen komponiert, ambitioniert immer gewesen und jetzt ist er hier natürlich jetzt in einer Produktion oder in einer Filmreihe quasi jetzt reingekommen, die seine Karriere sehr stark definieren sollte und, äh, auch viele sich daran zurückerinnern werden, gerade die Zusammenarbeit mit Ennio Morricone und Sergio Leone. Und da natürlich die Frage, wie gefiel dir die Musik schon, wie sie hier eingesetzt wurde, da wir werden natürlich immer wieder über die Musik in den nächsten Teilen natürlich auch darüber reden, wie sie sich weiterentwickelt. Und wie fandest du, hat diese schon den Ton dafür gesetzt, wie auch Westernfilme musikalisch klingen? Also ich hab's jetzt nicht mehr, die, die Soundtracks vermischen sich bei mir gerade so ein bisschen, weil das schon ein bisschen her ist, so. Aber ich, also zu allen drei, ähm, ähm, Dollarfilmen, sag ich mal, kann ich jetzt schon sagen, dass ich den Soundtrack grandios gut fand. Also auch gerade, ähm, wobei, nee, über, über, über die anderen sprechen wir ja gleich noch so. Aber ja, also man, man merkt in allen dreien, dass da derselbe irgendwie am Start ist und das ist auf jeden Fall so diese, ja, diese, diese Weite der Prärie, sag ich mal. Also die kriegt der halt auch vom, vom Soundtechnischen eigentlich schon sehr gut eingefangen, so, dass da halt so eine, eine miese Stimmung ist, sag ich mal. Ja, ich find, ich find schon, dass er, dass er auch gerade schon so seine Ennio-mäßigen, äh, Töne schon anbringt, die halt später auch immer wiederkehren. Und auch gerade, wenn du nochmal in die Amerika-Trilogie gehst, äh, bei, zum Beispiel, es war einmal von Amerika, äh, in Amerika, da kommen auch wieder so wiederkehrende kleinen Sätze, äh, Versatzstücke zurück, die anders klingen. Aber du merkst halt, es hat eine Identität, es hat so eine eigene Charakteristika und das hat mir immer, immer sehr gefallen. Gerade auch, gerade, was ich auch immer an den Italo-Western auch immer finde, sind diese tollen Intros natürlich, wo halt immer erst, erst diese Kugel, die Kugelgeräusche von den Revolvern kommen und da so düm, 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 düm. Ja, großartig. Wo du es halt immer mit reinfliehst und du bekommst ja schon dadurch halt eine richtige Lust halt darauf, weil du halt schon wie so ein, wie in so einem Serien-Intro dann angestimmt wirst, angefixt wirst, wirst dran zu bleiben. Und ich finde, das ist halt irgendwie das Coole, was sie halt damals gemacht haben. Es gibt's ja heutzutage viel zu selten so coole, musikalische Intros zu nehmen durch ein Score, um halt, ähm, kann auch nicht, den Vorspann laufen zu lassen. Manchmal, manchmal, manchmal darf man das gerne öfter machen, finde ich. Und das hat mir persönlich immer sehr gut gefallen. Ja, generell so Openings sind ja nicht mehr so in, sage ich mal. Also ganz oft sieht man den Titel ja auch erst, wenn da, wenn die Credits laufen heutzutage. Genau. Oder es ist halt einfach nur ein schwarzes Bild und eine weiße Schrift. Ja, finde ich es aber sehr cool. Also danke, dass du auch nochmal daran, äh, grad so einen Haken dran gesetzt hast, so, weil das ist auch so ein Ding, dass, äh, als ich die, die Blu-Ray eingelegt habe und dann halt dieser, dieses, ich sag mal, ja, es ist ja fast schon gezeichnet. Also dieses, dieses Intro kam mit diesen echt, ich sag mal, low-quality Gunshot-Sounds, so, das ist schon, da ist man dann auch direkt auch vom, äh, also von, von der Soundkulisse ist man da halt auch direkt abgeholt, finde ich. Also man weiß sofort, wenn man diese, diese ersten fünf Sekunden, so, du weißt sofort, was, was los ist, ne? Also du weißt sofort, was du jetzt in diesem Film für eine Stimmung irgendwie haben wirst. Ja, total, es wird, es werden auch total die Emotionen dann auch, äh, auch, auch transportiert, die da durchgehen. Es wird, es wird halt eben geschossen, es wird gemordet, es wird rustikal, es wird ein wilder Ritt. Es ist ein Film, der auch anderthalb Stunden geht, der auch ein super, schon gutes Pacing auch, auch an den Start legt und das kriegen die halt schon ganz gut hin, grad mit diesem peitschenden Sound, äh, den, den man reinbringt, diese Silhouetten von, äh, rot-schwarz-weiß-getümmten Männern. Das hat, das hat, das hat schon, das hat schon, finde ich, schon einen sehr ikonischen Status einfach und, und auch gerade diese kleinen, ich mag ja, wie Morricone da auch einfach diese kleinen, ähm, Einflüsse reinbringt. Sei es halt eben die Pistolenschlüsse, aber auch so, so trabende Hufen, wenn du so, wenn du Pferde hörst, Pferdere, Wirhahn oder sowas. Und das halt dann auch mit dieser, die, ich finde, diese E-Gitarre ist halt, ist halt immer super einprägsam, meiner Meinung nach, die du dann immer so hast, dieses, dün, 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 später, später bei Morricone spielt jetzt mal wie eine Flöte, spielt die Flöte nochmal, äh, eine größere Rolle, ähm, und da merkt man, wenn sowas immer wiederkehrt, das liebe ich immer sehr gerne, wenn einfach Musik zur Story einfach die Stimmung transportieren kann. Und das, finde ich, gelingt dem Film halt meiner Meinung nach sehr, ziemlich gut. Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, wie gesagt, wir reden ja gleich noch über, ähm, zwei glorreiche Halunken und für ein paar Dollar mehr. Und da finde ich es halt auch nochmal krasser, was da, die, also, gerade bei, ähm, zwei glorreiche Halunken ist das Leitmotiv ja so krass, einfach so einprägsam. Und, äh, weil ich, also, man merkt schon, dass er in der Zeit deutlich sich auch nochmal irgendwie nochmal gesteigert hat zu dem, was er in der Fistful of Dollars schon gemacht hat. Total, total. Ich kann mir auch vorstellen, dass Morricone wahrscheinlich hier noch nicht so zufrieden war, äh, wie es dann, wie es dann später sein sollte. Wobei, gut, er hat, wenn man sich die Ennio-Doku auch mal nochmal anschaut, also die Maestro-Doku, ähm, würde er sagen, er und Leone hatten immer eine sehr troubled, äh, Beziehung, äh, gehabt, die immer zwischen, zwischen, ähm, gegenseitiger Abhängigkeit beruht. Also, Leone hat gesagt, Ennio, ich brauche dich einfach, einfach, ohne dich schaffe ich das nicht. Ohne dich sind meine Filme einfach Müll. Und Morricone hat sich dann gesagt, so, ja, ich weiß aber nicht, ob ich das, ob ich das schaffe. Ich weiß nicht, ob, 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 ob die Musik halt wirklich zu diesem Film passen wird. Und, ja, es hat sich dann doch historisch am Ende ergeben, dass sich das doch sehr gut, äh, angepasst hat, meiner Meinung nach. Das ging dann doch am Ende, finde ich, sehr gut Hand in Hand, auch wenn es, glaube ich, die beiden in der Realität nicht ganz wahrscheinlich so teilen würden. Oder, oder über die Zeiten sich das wahrscheinlich immer, immer wieder die Meinung darüber geändert hat. Aber gut, das war unser kleiner Abschnitt zur Musik. Kommen wir nochmal zur Story. Du hast ja schon sehr knapp zusammengefasst, worum es ja in diesem Film geht, ne? Man kommt in eine Stadt, Probleme entstehen mit rivalisierenden Banden, die in einem Duell am Ende gelöst werden. Weil es auch natürlich hier sehr stark um Gier, um Macht geht, äh, klassische Motive, die man natürlich immer in, also im Action-Genre auch gerade mal findet. Und, ja, wie findest du denn so diese doch simple, sehr simple Konzeption, äh, die der Film mit sich bringt? Findest du es schön, dass er, dass er so simpeler bleibt und halt immer versucht, kleinere Komplexionen reinzukurigen? Oder hättest du dir doch irgendwie mehr Story dafür gewünscht für diese anderthalb Stunden? Ja, als Western, also nicht Einsteiger, aber als Nicht-Vielgucker von Western fand ich das schon ganz angenehm, dann mal bei einer simplen Story anzufangen. Einfach so, weil, ja, also manchmal reicht es ja schon so. Und ich mein, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass Leone ja sowieso ein Regisseur ist, der sehr handwerklich am Start ist und halt für sehr, ja, sehr gute Bilder bekannt ist. Und wir eben ja gerade auch schon über den Score gesprochen haben. Da fand ich es erstmal, also im ersten Ansatz, sag ich mal, nicht so wichtig, dass da jetzt auch eine komplexe Story kommt. Gerade weil das war ja, also das Fistful of Dollars war auch der erste Leone, den ich mir dann angesehen habe. Und da wollte ich das erstmal so alles auf mich wirken lassen. Und deswegen hat das für mich schon so geklappt. Also wenn ich heutzutage so einen Film dann sehen würde, dann würde ich da wahrscheinlich auch irgendwie andere Ansprüche dran halten. Aber, also, also modern, sag ich mal. Aber da der jetzt von 64 ist und wie gesagt einer der, also der erste, den ich geguckt habe und ich halt auch schon wusste so ein bisschen, dass das eher was Visuelles ist und es halt um die Atmosphäre geht, habe ich da erstmal nicht so viel Wert draufgelegt. Dass da eine deep Message transportiert wird. Ja, kann ich dir zustimmen. Ich finde manchmal ist es weniger mehr. Und in so anderthalb Stunden einfach eine simple Story, die klar setzt, wo sie lang geht, die klar definiert, wer sind hier jetzt die Guten, wer sind die Bösen, wie ist hier die ganze Lage angestimmt, des ganzen Dorfes. So sieht das im Prinzip aus. Und manchmal, manchmal wird das dann halt eben über die Inszenierung dann vorangetrieben. Und das macht ja auch, finde ich, Filme aus, dass du simple Geschichten auf eine komplexe Art und Weise erzählen kannst. Und das gelingt dem meiner Meinung nach eigentlich auch ziemlich gut. Und gerade weil wir einen interessanten Anti-Helden im Vordergrund haben, weil wir eine interessante Inszenierung haben, wie gerade auch die Action ineinander inszeniert wird. Und natürlich haben wir auch die rivalisierenden Banden. Wir haben ja einmal den John Baxter und dann auch den Ramon Rojo als zwei verschiedene Formen von Antagonisten mit dabei. Wie haben dir die beiden gefallen? Gerade natürlich jetzt auch der Rojo, der noch die größere Rolle spielt, der ein bisschen der blutrünstigere Part auch von den beiden ist. Wie fandst du die? Ja, das war okay. Also das war dann, ich meine, wir haben uns eben bei Blue Beetle schon über flache Bösewichte unterhalten. Und weiß nicht, also das war jetzt auch nichts, wo ich groß Wert drauf gelegt habe. Und ich fand's okay, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, irgendwie, dass das was ist, wo man sich großartig irgendwie, also in Charakter schreiben, irgendwie was von abgucken müsste. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde gerade, die nächsten beiden Filme haben auch da einen besseren Job geleistet, meiner Meinung nach. Da haben die Charaktere mit mehr Profil gegeben. Beide sind jetzt serviceable, also dienlich für die Geschichte, um sie voranzubringen, aber sind jetzt natürlich nicht wirklich die, die jetzt im Kopf hängen bleiben. Ich glaube, es dient mehr, den Helden oder den Anti-Helden in dem Fall in den Vordergrund zu rücken und overzubringen, um ihn halt dem Publikum näher zu bringen, als dass wir jetzt einen sympathisierenden, coole Bösewicht haben, der dann doch den Anti-Helden in den Schatten stellt. Ich glaube, ich glaube, da hat man doch schon ein bisschen simpler gedacht und gesagt, wir brauchen halt eine gewisse Macht halt, die man überbrücken muss, die man besiegen muss, aber mehr ist es dann letzten Endes auch nicht. Ich finde, die haben ihren Job ganz gut erfüllt, bleiben natürlich jetzt nicht wirklich in Erinnerung am Ende, weil, ich sag mal so, außerhalb, wenn man jetzt keine Recherche betreibt, wird sich keiner an die Charaktere erinnern, außer dass man halt hier kleine Verstrickungen mit der Familie hat, mit der Bruderbeziehung, aber das war es dann ja auch eigentlich. Dementsprechend gehen wir dann doch nochmal ein bisschen auf die Action ein, die der Film bringt. Wir haben ja schon das Erwählend mit der Anfangsszene, wie er da mal so drei Leute ausschaltet. Man hat ja schon clever gewählt, wie die Stadt aufgebaut ist, wo es immer wieder Verstecke gibt, wo immer wieder die Shootouts stattfinden können. Und die prägen natürlich für den Film das große Finale, ein Finale, das natürlich auch oft zitiert wird. Ich meine, mich noch zu erinnern, dass Zurück in die Zukunft 3 zum Beispiel, wo die im Western sind, auch natürlich diese Technik eingesetzt haben. Clint Eastwood gegen Ramon im Finale stattfindet und Ramon fängt an, auf ihn zu schießen und plötzlich merkt er, warum haben diese Kugeln keine Wirkung? Ich ziehe doch eigentlich schnell und genau. Und dann stellt sich dann heraus, der Mann hat einen guten kleinen Schutzpanzer unter seinem Poncho und schafft es halt, die Kugeln dadurch abzuwehren und überlistet dadurch halt ganz auf eine sehr clevere und coole Art und Weise den Bösewicht am Ende. Weil man hier eigentlich nicht sicher war, okay, sind sie sich ebenbürtig, spielt er nur mit ihm oder hätte auch Eastwood auch ohne die Taktik gewonnen? Das bleibt natürlich immer ein bisschen offen. Wie hat dir das insgesamt gefallen? Ja, das fand ich auf jeden Fall richtig gut. Also, weil die Szene kannte ich auch schon aus Zurück in die Zukunft. Weil Zurück in die Zukunft ist natürlich eine grandios gute Trilogie. Und auch wenn der dritte da immer so ein bisschen abfällt, so gerade in diesem Punkt hier, äh, hat er mich natürlich schon sehr, äh, hat mich, er hat mich hier für's Full of Dollars natürlich schon sehr an Zurück in die Zukunft 3 erinnert, an vielen Punkten. Auch das, also, Marty McFly nennt sich ja auch Clint Eastwood in Zurück in die Zukunft 3. Kennst du noch den einen Funfact, ähm, der ist ja auch aus dem dritten Teil, äh, der kommt ja auch aus dem Kino raus oder hat es den Film reingezogen. Weißt du, welcher Film das war? Nee, welcher war das? Da stand nämlich ein Plakat nämlich dahinter, da kam er mit dem Cowboy-Kostüm raus, hat, ich hab gesagt, ich sehe ein bisschen aus wie Clint Eastwood. Und da läuft, äh, der zweite Teil von Creature of a Black Lagoon mit einem jungen Clint Eastwood nämlich. Witzig, ja. Nee, das wusste ich nicht, aber cooler Funfact. Ähm, ja, der, also wie gesagt, diese Endschießerei ist natürlich absolut ikonisch, so, und das ist auf jeden Fall, also, das war wieder so ein Punkt, wo der Film mich dann wieder richtig abgeholt hat auch. Also, zwischendurch war ich mal so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, ne, weil auch dann, der hat ja so ein paar Durststrecken, sag ich mal, Aber dann, als der Showdown zum Schluss kam und halt gerade mit der Reminiscence, die ich da an, an Zurück in die Zukunft hatte, hatte ich da wieder richtig viel Spaß mit, das auch mal zu sehen. Also, klar, die, die Szene kommt ja auch, also, der Film kommt ja auch in Zurück in die Zukunft vor, ne, es wird da ja gezeigt, wie er da sich dieses, äh, ja, so ein Stück Ofen ist das, ne, vor, äh, vor, äh, vor die Brust schnallt. So, aber das dann noch mal in echt zu sehen, das hat mir schon sehr viel, sehr viel gegeben irgendwie. Und halt, da wurde er dann auch noch mal unterstrichen, wie, also, was Clint Eastwoods Figur für ein Typ dann noch mal ist. Also, was das für ein, für ein krasser Revolverheld einfach ist, dass der sich da halt auch, also, dass er halt nicht nur schnell ziehen kann, sondern, dass er halt auch richtig clever ist. Und das wird hier echt noch mal richtig gut unterstrichen. Ja, ich finde, der Film macht ja, macht ja im Prinzip die, die gelungene Spagat zwischen halt allem, was Italo-Western ja auch dann letzten Endes ausmacht, äh, beziehungsweise begründet er ja diesen ja auch mit. Und ich mag ja, ich mag ja auch eben, eben gerade diesen, gerade in diesem letzten Showdown diese ganze, ja, diese ganze Konfrontation, die am Ende Jean-Marie Volonté und, ähm, Clint Eastwood zueinander haben. Und die beiden, wenn sie, wenn sie, wenn sie zusammensieht, denkst du, okay, da, da, da steckt auch ein bisschen mehr dahinter, gerade, gerade in Bezug, wie sie miteinander auch, äh, interagieren. Da denkst du dir, okay, das ist doch eine coole Protagonisten-Antagonisten-Beziehung, die da, die da ganz gut gesetzt wird. Wird natürlich, natürlich in den nachfolgenden Filmen noch mal besser erzählt, aber hier schon eine ziemlich gute Linie, die, die hier gefahren wird. Und, ja, was soll man sagen? Ich würde sagen, wir gehen zum Fazit schon mal über des ersten Films, weil mehr gibt's eigentlich jetzt erstmal nicht dazu zu erzählen, außer dass man halt sagen muss, der Film ist eben diese, dieser Startschuss gewesen einer neuen Ära, einer neuen Epoche von Filmen, die plötzlich auch super populär wurden. Ähm, wegweisend natürlich für vieles, das in der Popkultur danach folge, wir haben ja die kleinen Zitate schon erwähnt. Wir haben auch gesehen, Leone bedient sich natürlich aus, 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 aus der japanischen Filmkunst, äh, dahinter und, äh, macht aus dem Samurai, äh, Werk, macht er ein Westernwerk, was auch sehr, ein sehr smoother Übergang letzten Endes ist und wie man auch hier verschiedene Genres miteinander vermischen kann, äh, eine neue, ikonische Figur geschaffen wird. Ähm, ja, Abzüge gibt's halt, gibt's halt ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen leichter, vielleicht eine Inszenierung, vielleicht hat ein bisschen Geld gefehlt, um, um vielleicht ein bisschen mehr Brutalität reinzubringen, das ist ein bisschen doch schon sehr freundlich, sag ich mal so, sag ich mal so, in seiner, in seiner Art von Gewaltinszenierung, da, da sind, äh, da hätte man, glaube ich, ein bisschen mehr raushauen können. Er hat natürlich auch ein paar Längen, sag ich mal so, für die, für die 90 Minuten, die er trotz, äh, trotz der Kürze hat, aber insgesamt erfüllt er doch, äh, wunderbar diese Symbiose zwischen Musik, zwischen Bild, alles funktioniert eigentlich ganz gut, ich würde, in meiner Erfahrung, vier von fünf Toasts geben, das wäre meine Gesamtbewertung. Wie sieht's bei dir aus und was war danach deine Erwartungshaltung eigentlich gewesen, als du diesen Film beendet hast und dann weißt, okay, es kommen noch zwei Leone-Dollar-Filme auf mich zu mit Clint Eastwood? Ja, also das, was du mit der Gewalt grad angesprochen hast, stimmt, das ist auch vielleicht so ein Punkt, wo man nochmal drüber, also bevor ich meine Bewertung abgeben kann, geb ich hier nochmal einen Kommentar grad ab, weil das ist tatsächlich was, was mir auch negativ aufgefallen ist, also auch im selben Kontext, wie ich das eben bei Koloss von Rodos gesagt habe, weil, also du hörst halt immer diese Schüsse und alles so, aber du siehst halt nie irgendwelche Einschusslöcher, also diese, diese ganzen Squibs, so, also klar, dass du nicht überall Blut irgendwie durch die Gegend splattert, darum geht's ja nicht, so, aber ich find's dann halt immer so ein bisschen, auch, ja, gibt's das Wort unimmersiv, so, ne, weil, weiß ich, gerade in der, in der Szene, wo er da bei diesem, äh, ja, mit diesem Maschinengewehr so rumschießt, ne, der eine, und, äh, weiß nicht, und dann fallen da reihenweise halt die Leute einfach um, aber du siehst, dass halt offensichtlich keiner getroffen wurde, so, sondern du hörst halt einfach nur dieses Maschinengewehr und wahrscheinlich schreit Leone dann im Hintergrund, so, und jetzt fallt ihr alle nacheinander um und dann fallen alle um, so, und das, das find ich immer so, also klar, wenn, die, die Möglichkeiten sind nicht immer da, gerade bei dem doch eher geringen Budget, ne, ja, aber das ist immer was, was ich dann, ja, so ein bisschen schade finde, aber egal, kommen wir zu meiner Bewertung, also grundsätzlich würde ich sagen, ich fand den Film okay, so, also ich mochte, äh, Eastwoods Charakter, ich mochte die, die Inszenierung und den Score, so, also das ganze handwerkliche Zeug, so, das hat mich auf so einer Ebene, ich sag mal, am Ball gehalten, dass ich sagen würde, ja, das war cool, aber, weiß nicht, so die, die Handlung war dann doch irgendwie so ein bisschen träge und weiß nicht, vielleicht war das auch einfach ein schlechter Tag von mir oder sowas, aber ich konnte dem nicht so richtig was abgewinnen und deshalb habe ich dem jetzt, äh, mit viel guten, guten Willen noch drei gegeben, aber ich glaube, das ist von, wenn ich von den drei Filmen einen nehmen müsste, den ich nicht noch mal sehen würde, dann wäre es der. Mhm, aber, aber den wirst du trotzdem noch ein zweites Mal geben, oder? Jetzt, wo du weißt, wo es hingeht mit dem Film? Ja, also ich glaube gerade, wenn ich, äh, wenn ich jetzt Yojimbo noch mal gucke, so, dann werde ich den da vielleicht danach noch mal gucken, um dann vielleicht noch mal Vergleiche zu ziehen oder so. Mhm, alles klar. Ja, aber generell war ich, also als Erwartungshaltung, ja, war ich schon so ein bisschen ernüchtert, sag ich mal, weil es ist halt immer so, wie ich meine, wir haben eben schon darüber gesprochen, mit was für Erwartungshaltung man dann an so einen Meisterregisseur rangeht, der ganze, also nicht nur Genres, sondern, ja, Film und Kino an sich geprägt hat und dafür war es dann ein bisschen wenig, fand ich. Und deswegen war ich auch dann für die weiteren Filme, habe ich mir dann auch gedacht, so, oh ja, oh Gott, mal gucken, was das wird, ne, weil ich finde, das ist dann auch immer, äh, wenn man so Filme guckt, die so allgemein so als Meisterwerke oder als sehr gut und prägend irgendwie wahrgenommen werden und dann guckt man das und man findet es einfach nicht so geil, so. Der Funke springt nicht über. Dann, weiß ich, dann, das hat immer, ich hab dann immer so ein schlechtes Gefühl dabei, so. Und das hatte ich dann hier jetzt auch, muss ich leider sagen. Das gehört ja dazu und ich meine, das ist bei Filmen ja auch immer das Schöne, wenn man das erste Mal schaut, hat man dieses Gefühl, kann sich beim zweiten, beim dritten Watch vielleicht nochmal anders anfühlen. Gerade wenn man weiß, wo es hingeht, wenn man da nochmal mit anderen Leuten drüber geredet hat, was sie dabei so empfinden. Ähm, vielleicht sind es ja auch ein paar Worte, die ich jetzt noch dazu getätigt habe, noch mit, äh, und helfen dir vielleicht noch, äh, einen neuen Eindruck zu bringen. Gerade wenn du nochmal Jojimbo danach noch guckst, wie du gerade erwähnt hast. Da wird es ja das Fähre noch schiften, aber ist doch schon mal trotzdem mit drei Toast ja immer noch ein solider Start gewesen. Mal gucken, wie wir, wie wir dann weitergehen. Denn wir springen jetzt zum zweiten Film. Für ein paar Dollar mehr aus dem Jahre 1965. Feierte in Deutschland seine erste Aufführung am 25. März 1966. Ich werde jetzt nicht die anderen Daten nennen. Ähm, das war aber jetzt nochmal beim ersten Mal so ein bisschen spezialisiert hervorgehoben. Hat eine Laufzeit von 132 Minuten, also bedeutend länger. Der dritte wird nochmal ein bisschen länger. Ähm, dann ein Budget von rund 600.000 US-Dollar. Also schon mal ein bisschen mehr zur Verfügung bekommen, äh, gut das Dreifache vom ersten Film. Und spielte auch, äh, ein wenig mehr ein. Und zwar 25,5 US-Dollar. Und Buch und Regie, äh, auch wieder Sergio Leone natürlich. Und, äh, im Drehbuch auch Luciano Vincenzoni, äh, mit dabei. Der auch, äh, Todesmelodie und auch bei den zwei glorreichen Halunken auch mitgewirkt hat am, ähm, am Buch. Und auch zum Beispiel andere Filme wie City High zum Beispiel, äh, mitgewirkt hat, falls du den kennst. Ja, mit, ähm, Stallone, ne? Genau, mit Sly. Und, ähm, fand ich ganz witzig. Deshalb hab ich das nochmal, äh, herausgeholt, dass er da auch mitbeteiligt war. Am Score natürlich Ennio Morricone und an der Kamera Massimo Dallamano, ähm, Bilder mit dabei. Und am Cast haben wir Clint Eastwood als Monko diesmal. Also Monko, ä.k.a. der Fremde. Lee van Cleve als Körner Douglas Mortimer. Wir haben auch wieder hier Jean-Marie Volonté als El Indio diesmal dabei. Also einen selben Darsteller, der in anderen Art von Bösewicht spielen wird. Mara Krupp haben wir dabei als Mary, die Frau des Hotelmanagers. Luigi Pistilli als Kroggi, äh, die rechte Hand, ähm, von El Indio. Also dann haben wir Klaus Kinski mit dabei als Welt der Bucklige. Josef Egger ist wieder am Start als ein Prophet. Und Panos Papadopoulos hab ich noch raus als Sancho Pérez. Also auch hier wieder ein wilder, äh, Cast auch aus verschiedenen Ländern. Die Fördergelder fließen durch Europa durch. Und bewertungstechnisch ist er ziemlich gut bewertet. Besser, äh, auf Letterbox als Fernandvoll-Dollar mit 4,2. 8,2 auf IMDb. Und auf Rotten Tomatoes ein bisschen geringfügiger mit nur 92%, in Anführungsstrichen. Ja, dann mach ich mal hier die kleine Story. Auch hier lässt es sich sehr simpel zusammenfassen. Wir haben zwei Kopfgeldjäger, die beide ein Ziel verfolgen. Und zwar wir haben Monk, Monko und Mortimer, die auf der Jagd halt eben nach El Indio sind. Und, ja, nach anfänglicher Rivalität, wo sich beide versuchen, ein bisschen so gegenseitig auszustechen, beschließen sie doch, den Bösewicht gemeinsam zur Strecke zu bringen. Und dadurch entsteht dann so eine kleine Teamaktion dann. Aber es ist halt die Frage natürlich, ähm, zu realisieren, geht es hier nur ums Geld? Geht es hier wieder nur um die Gier? Oder verfolgt gerade Colonel Douglas Mortimer eine andere Motivation? Denn Monko realisiert innerhalb des Films, Mortimer hat, äh, noch andere Motive, die er verfolgt. Er will nämlich Rache. Und dabei schreckt er halt auch nicht zurück und ist da radikaler als Monko selbst. Das ist die Story kurz zusammengefasst. Ich denke, das reicht auch, äh, für einen kurzen Teaser. Und dann kommen wir mal zu den Hauptaspekten. Und zwar möchte ich direkt, äh, auf die neue Idee eingehen, die der Film hier einführt. Und zwar der doppelte Kopfgeldjäger. Was eigentlich schon eine sehr, sehr coole Idee meiner Meinung nach ist, dass man hier erst diese kleine Rivalität, äh, beginnt zwischen Lee von Cleve und, äh, Eastwood. Und dann halt, äh, später diese Teamaktion haben. Ein Motiv, das auch, äh, bei Halunken auch wieder, wieder zurückkehren wird. Nur nochmal anders, anders aufgefasst. Und, ja, wie findest du diese Einführung, dieses, äh, Handlungselements? Und, ja, mach das für dich, ähm, Western, Western nochmal mehr aus, wenn du dann noch diesen zweiten Charakter, diesen doppelten Boden mit reinbringst. Wenn die auf einmal anfangen, sich gegenseitig in so einem Wettlauf zu befinden und sich versuchen, gegenseitig auszuboten. Wenn es um, ja, um Gier auch gerade geht, um das schnelle Geld zu beschaffen, gerade als Kopfgeldjäger, der Bounty Hunter, natürlich, äh, ein großes, wichtiges Motiv auch dann für den, für den Western auch geworden, äh, weil es auch immer darum geht, halt immer, dass jemand nach jemanden sucht quasi. Und das ist halt dann auch Klassiker dann für die nächsten großen Genres, die man dann auch immer erlebt. Ich meine, wir erinnern uns zum Beispiel an Stephen Kings Dunkler Turm. Da fängt es ja auch damit an, dass halt, äh, der Mann in Schwarz, äh, der Mann in Schwarz gejagt wird durch eine Wüste. Und, äh, Roland, äh, ihn mit dem, äh, Revolver jagt. Ja. Nee, ich fand das sehr cool, weil das halt auch eigentlich wieder so eine simple Idee ist. Weil ich meine, dass, dass mehrere Leute auf, also, Kopfgeldjagd auf eine Person machen, ist jetzt eigentlich nicht so weit hergeholt, ne? Wenn man es mal so sagt, ne? Aber das, ich weiß nicht, also, so wie, wie Lee Van Cleef hier ja auch irgendwie eingeführt wird, das fand ich so eindrucksvoll. Und auch wie der Film dann ja später nochmal diese weitere Ebene aufmacht, indem sie dann beschließen, Clint Eastwood in diese Gangsterbande einzuschleusen. so, also, das, weiß ich, das, das fand ich sehr beeindruckend, so, weil das so ein, so was ist, womit ich halt gerade nach dem doch sehr, ich sag mal, flachen Handlungsstrang des, des ersten Films, also ich sag jetzt erster Film, es ist ja keine Fortsetzung natürlich, ne? Aber, ähm, des ersten Films, ähm, hab ich halt jetzt nicht erwartet, dass da dann doch irgendwie so ein, so ein Ding kommt mit drei Ebenen und Intrigen und, äh, verschiedene Figuren, die alle irgendwie ausformuliert sind und nicht nur irgendwelche Abziehbilder, so, und das hat mich sehr positiv überrascht. Ja, äh, das denke ich, denke ich mir auch immer so, so, du guckst diesen, den ersten Film, hast dann diese doch straightforwarde Thematik und dann plötzlich holen die diesen Lief von Cleve einfach mal, mal hervor, äh, der auch im dritten Teil auch nochmal eine Rolle spielt und der hat dann plötzlich diese ganz andere Aura auch einfach, die ausstreit, so, ich nenn ihn ja auch immer gern so, der hat dieses, der hat dieses Motiv, diesen, äh, diesen Charakter erschaffen, der Mann in schwarz so ein bisschen, ne? The Man in Black, äh, der auch ein klassischer Western, äh, Cowboy auch immer wird, ich meine, bei, was Kostüm angeht, gibt's ja immer diesen klassischen schwarzen Cowboy und das ist eigentlich genau an die von Cleve auch immer perfekt angelehnt gewesen. Das, was zum Beispiel auch in Westworld wieder nochmal neu aufgefahren wird, wo Ed Harris beispielsweise The Man in Black, äh, verkörpert, das ist auch immer eine Anleihe genau an diese Figur quasi, diesen Conan Mortimer oder halt an Zetenza, der, äh, in den Halunken auch wieder mit dabei ist und das macht ihn ja auch quasi aus, dieser showstilende Nebencharakter. Und ich finde es dann natürlich auch spannend, äh, zu, zu sehen, ähm, den in Interaktion natürlich auch, äh, und diese Beziehung, die er und Eastwood natürlich auch zusammen, äh, verbindet und wie sie auch miteinander interagieren. Wie findest du das insgesamt, äh, hervorgestellt? Findest du es gut, dass man sich jetzt so eine doch charismatische zweite Figur noch dazugeholt hat oder nimmt das, nimmt das ein bisschen was von, äh, Eastwoods eigene Aura weg? Nee, ich find, das pusht ihn, weil, ähm, er, also, klar, Lee Van Cleef ist der absolute Scene-Dealer hier in diesem Film, da muss man, glaub ich, nicht drüber streiten, so. Aber dadurch pusht das Eastwoods Figur natürlich auch noch ein bisschen nach vorne, weil er jetzt eine, also mehr Herausforderungen irgendwie haben muss, so. Weil Lee Van Cleefs Figur ist ja schon, dass der, der ist ja so ein, ja, so ein mit super Präzision arbeitender Killer, ne, und Clint Eastwood ist ja halt nur, also nur in Anführungszeichen, wieder dieser Revolverheld, so, der zwar schon krass ist und halt irgendwie, man weiß so nicht so richtig, was das für ein Typ ist, ne, aber wir kennen den ja jetzt schon, also, weil er spielt ja prinzipiell eine ähnliche Figur. Ja. So, aber dadurch, dass er jetzt diesen Gegenspieler hat, der ja sowohl, also, es ist ja ein Gegenspieler, ne, aber es ist ja auch gleichzeitig ein Mitspieler, ne, und das ist ja das, was dieser Film auch aufmacht, dass die sagen, sie müssen, obwohl sie gegeneinander sind, müssen sie zusammenarbeiten, so. Und wie gesagt, ich glaube, dass, äh, also, diese, ja, dieses Skirmish zwischen den beiden, was halt so konstant irgendwie da ist, das funktioniert echt. Also, das ist, das war auch so der Punkt, wo ich dann echt auf dem Sofa dann auch mich so aufgesetzt habe und gedacht habe, oh, jetzt wird's interessant, also, ne, weil, äh, wie ich eben schon meinte, also, nach dem ersten Film war ich so ein bisschen ernüchtert, so, und hier hat mich dann, als sie dann noch einen Boden, noch einen Boden ausgepackt haben und dann noch Lee van Cleve irgendwie als Kirsche obendrauf gesetzt haben, hat mich das schon deutlich mehr gefesselt. Kann ich total verstehen, gerade weil du halt dann diese neue Ebene eröffnest und dann halt so, so, noch einen Charakter hast, der plötzlich ebenso charismatisch ist, super interessant ist und halt gerade eben mit in den Szenen teilweise sogar die interessantere Figur auch abgibt. Gerade weil er auch nochmal den doppelten Boden natürlich bekommt mit seiner Backstory, die, die dazu, die dazukommt. Äh, das macht den ja auch nochmal aus. Und würdest du sagen, dass dir Lee van Cleve dann in dem Film besser gefällt als insgesamt Eastwood oder siehst du die eher auf einer Ebene? Ja, das sind halt, die sind halt so unterschiedlich, die Figuren. Das ist schwierig zu sagen, weil, also, also, persönlich würde ich sagen, gefällt mir Lee van Cleves Figur ein bisschen besser, aber wahrscheinlich auch, weil ich ihn besser gespielt finde. So, weil Eastwood hat halt nichts, also Eastwoods Figur hat halt auch einfach nicht so viel Futter, dass man ihn irgendwie, ja, so, so, abgesehen von dem, was er halt ist, darstellen kann. Und bei Lee van Cleve, das ist halt irgendwie was Neues, so, ne? Auch allein wie, also, die Szene, wo er das erste Mal seinen superlangen Revolver da auspackt, zum Beispiel, so, und da so langsam seine Schulterstütze dran schraubt und so was. Und das ist halt einfach so. Auch so aufkopiert, diese Szene. Ja, voll, voll, voll. Aber das ist halt auch so was, so, ne? Das, das, das charakterisiert ihn ja als so, ja, okay, der Typ rennt, ich glaub, der, sein Ziel reitet gerade weg, ne? Ich bin mir grad nicht mehr so ganz sicher, ne? Aber mit welcher, mit welcher Ruhe er dann da steht und das langsam rauspackt und dann erst mal das Ding dran schraubt und dann zielt und dann einen Schuss abgibt. Mit welcher Präzision, ne? Also, er ist ja wirklich dieser, ne? Also, er ist ja schon so der personifizierte Tod in dem Film, so könnte man's fast schon sagen, ne? Und das, 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 weiß ich nicht, das so find ich immer interessant, so, wenn da halt ... Ja, und das ist auch ein total spannender Ansatz auch eben, den man auch gewählt hat, diesen Man in Black, der der Tod repräsentieren kann. Und ich find gerade Lee Van Cleefs Einführung und auch gerade, wie man auch dann jetzt noch mal einen anderen Antagonisten, El Indio, auch inszeniert, der auch, find ich, viel spannender natürlich auch ist als Ramon, schlägt man schon eine gute Brücke auch zu das, was zwei glorreiche Halunken auch, glaub ich, sein wird. Man hat jetzt nicht nur Lee Van Cleef, der auch später natürlich eine sehr ähnliche Figur mit Zetenza in den beiden Halunken spielen wird, sondern wir haben auch mit El Indio, der auch sehr stark an Eli Wallach erinnert, und gerade auch von seiner Art und Weise, wie er sich gibt. Der hat viel mehr Profil zum Beispiel, und da merkst du auch, Volonté darf auch viel mehr machen in dem Film, schauspielerisch. Und er ist einfach dieser Drecksack. Und das gefällt mir natürlich auch einfach, weil du willst irgendwie, dass die beiden ihn kriegen. Und gleichzeitig findest du ihn aber auch irgendwie so auf seine komische Art, eigene Art und Weise sympathisch irgendwie, dass du dann den aber auch gleichzeitig denkst, ja, vielleicht soll er noch mal in kommen, und die machen das noch mal im dritten Teil unter sich aus. Hatte irgendwie für mich sehr spannende Anleihen. Wie hast du das so gesehen, gerade diese Konzentration mit den dreien? Also im dritten Teil natürlich noch mal, also in Anführungszeichen dritter Teil natürlich, noch mal ein bisschen krasser als hier. Aber wie gesagt, hier hat das halt auch echt, also gerade im Vergleich zum, für eine Handvoll Dollar, halt sehr viel besser für mich funktioniert mit den Figuren. Also wie gesagt, nicht nur Lee van Cleve und Clint Eastwood, sondern auch Volonté, der da ja mit seiner gesamten Gang schon irgendwie, ja, also der hatte ja unter Kontrolle. Und wenn man halt so ein, also er wird ja genauso charakterisiert. Also da hat Leone auf jeden Fall seine Hausaufgaben gemacht, was das Skript anging. Hat der es überhaupt geschrieben? Warte, Moment. Der hat mitgeschrieben, ja. Ja, genau. Also man merkt, dass da in den Figuren alles sehr viel ausgereifter ist und diese Dreiecksbeziehung zwischen denen auf jeden Fall sehr viel intensiver ist. Gerade weil Eastwood ja auch so als Doppelagent in dieser Gang ist und man halt auch nie weiß, ja, weiß Volontés-Figur, dass vielleicht, also weiß er Indio, dass er so ein Doppelgänger ist, nicht Doppelgänger, so ein Doppelagent ist. Weil es gibt dann ja zwischendurch immer wieder auch so Szenen, wo, ja, wo man es ihm so ansieht, dass er ihm nicht so ganz traut, aber dann auch wieder nicht so. Und ich finde, das ist, also die Chemie zwischen den beiden funktioniert schon erstaunlich gut. Ja, viel ausgereifter und auch einfach viel inniger auch noch mal. Das ist einfach eine tolle Brücke, die man auch dazu geschlagen hat und wie man heute auch verschiedene Konstellationen dadurch erschafft, wie die auch zusammenarbeiten, gegeneinander arbeiten, wie sie sich gegenseitig sabotieren dabei. Das macht es einfach auch schon aus. Ja, der Film geht dementsprechend auch, weil man auch noch mal mehr Fokus auf Charaktere legt, auch dementsprechend länger. Hat dir irgendwie die Länge irgendwie mehr zugesagt als hier? Weil trotz, also dass man trotz der 2 Stunden 13, die er geht, oder was war es, 2 Stunden 13, glaube ich, äh, 2 Stunden 12, sorry. Hat das dich für dich so sehr lang angefühlt oder ging das für dich dann runter wie Butter? Also tatsächlich gar nicht lang, meiner Meinung nach. Ähm, gerade, also ich weiß, ich vergleiche immer sehr viel, aber das bietet sich hier natürlich so an. Natürlich. Gerade weil der erste Teil, äh, mir ja nur so semi zugesagt hat, war ich hier schon echt sehr viel gefesselter als, als bei für eine Handvoll Dollar. Und diese 2 Stunden 12, also klar, als ich am Anfang auf die Zeit geguckt habe, habe ich auch gedacht so, oh ja, oh Gott, dann muss das jetzt sein, ne? Aber, also, die gingen echt gut runter und, äh, gerade diese Figuren-Dynamik funktioniert in diesem Film so gut, dass ich, also, das geht echt sehr schnell vorbei. Definitiv. Und gerade durch, durch das gute Pacing hat man ja auch, äh, viel mehr die Chance, ähm, mehr mitzukriegen, ähm, was nicht nur die Charaktere angeht, sondern auch gerade wie der Film auch inszenatorisch, äh, was hermacht. Und da wäre jetzt nochmal meine abschließende Frage, bevor wir ins Fazit gehen. Äh, wie findest du denn, ähm, den Stil hier im Vergleich auch nochmal zu, äh, für eine Handvoll Dollar? Ich meine, wie gesagt, du hast es jetzt gerade wunderbar gesagt, dass du viel vergleichst. Deswegen würde ich hier auch nochmal, äh, die Abstriche machen bezüglich Kameraarbeit, äh, Landschaftsinszenierung, auch musikalische Einsätze. Also, ich finde, man merkt bei, ja, bei allen Punkten, die du gerade genannt hast, merkt man, dass er, ja, dass er gewachsen ist, so ein bisschen. Also, die, äh, also bei der, bei der Musik hatte ich ja eben schon gesagt, so bis auf, äh, the good, the bad and the ugly, verwischt das alles so irgendwie ein bisschen in meinem Kopf. So, ich weiß nicht genau mehr, was da, was da war, ähm, von den, von den Leitmotiven. Aber, ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass, dass es mir da, vielleicht auch, weil der Rest des Films für mich besser gepasst hat, ähm, hat es, da irgendwie mehr, mehr Eindruck hinterlassen. So, und das ist bei den anderen handwerklichen Sachen ebenso. Man merkt, alles klar, er hat damit angefangen, ähm, für eine Handvoll Dollar, diese, diese Close-Ups irgendwie zu machen, also diese Super-Close-Ups und dann immer zwischen diesen Landschaftsaufnahmen zu wechseln. Und das zieht der hier weiter durch und macht's halt, also, es sieht halt noch mal crisper aus und es ist halt noch mal irgendwie ... Ja, also diese, also diese Stimmung, die ich eben schon gesagt hab, wird halt hier auch noch mal ein bisschen krasser vermittelt, weil du, äh, also gefühlt noch näher an den Figuren dran bist, wenn sie sich so konzentrieren und dann immer dieser Gegenschnitt ist zu diesen weiten Prärieaufnahmen. so, dass sie ja allein auf weiter Flur sind und so. Und das funktioniert hervorragend. Und was für mich auch noch mal hier viel stärker rausfällt, ist einfach der Vergleich auch noch mal zum amerikanischen Western, der viel pessimistischer Unterton, der dadurch, äh, nochmal fliegt. Die langen Kameraeinstellungen, die dadurch, äh, viel stärker sind und eben die Charakterkonstellationen, die untereinander auch, äh, verteilt werden. Das wirkt halt viel rauer, viel, ja, wahrhafter, sag ich mal so, innerhalb dieser Erzählung. Du glaubst diesen Charakteren halt, alles, was sie sagen, sie wirken logische von ihren Handlungen, ähm, was sie tun und du verstehst sie dann. Und das macht ja auch, finde ich, die Inszenierung von, äh, Leone auch aus, wie er gerade Close-Ups trifft, gerade wenn es ums, ums Gesicht geht, äh, weißt du dann, dass da die Geschichte erzählt wird, äh, wo da gerade die Kamera stattfindet und das macht für mich den Film auch viel starker auch aus und der Einsatz von Morricone, du sagst ja schon, ist natürlich schon eine sehr schöne Overtüre quasi zu dem, was zwei Geräusche und Lunken sagen und ich möchte auch eigentlich da nicht, nicht mehr weiterreden. Lass uns gleich dann noch mal über, vielleicht, vielleicht, ja, den wichtigsten Einschnitt, äh, beider Karrieren, ähm, reden, ähm, zu dem wir gleich kommen, aber erst mal noch das Fazit. Gesamtbewertung, mein Freund, ähm, welcher Film, gefiel dir letztendlich besser von den ersten beiden? Ich glaube, die Antwort ist relativ einfach zu beantworten, aber auch gleichzeitig, was hat das nach dieser Sichtung dann für dich mit der Erwartungshaltung für den dritten Teil dann, äh, losgelöst? Und natürlich, how much is the toast? Ja, klar, also ich meine, man hat's ja bei mir so ein bisschen rausgehört, also ich fand den, äh, for a few dollars more, also für ein paar Dollar mehr sehr viel besser als den, äh, als den für eine Handvoll Dollar. Also da hat für mich einfach, also alles ein bisschen, ein bisschen mehr gestimmt und halt, das hat sich alles irgendwie so ein bisschen zusammenaddiert. Also Eastwoods Figur, der da als Doppelagent bei Volontes, ähm, irgendwie untertaucht, so diese krasse Präsenz von Lee van Cleve, die mich wirklich beeindruckt hat, so, und dann halt auch noch diese Nebenfiguren. Also Klaus Kinski, ich meine, ne, bekannter deutscher Schauspieler, ne, wenn nicht sogar der bekannteste deutsche Schauspieler, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen für diese Aussage, aber, ne, er ist ja auch da, man erkennt ihn ja auch sofort, ne, und das ist dann auch irgendwie cool, ihn da zu sehen, ne, gerade, weil er ja auch nochmal so ein bisschen so lunt riecht, in einer Szene, was, was, was Eastwoods Doppelagententum angeht. Und ja, also wie gesagt, also ich fand den Film sehr spannend, ich fand den echt enorm gut in Szene gesetzt, und der hat mir sehr gut gefallen, also gar kein Vergleich quasi zum ersten Teil, und deswegen gebe ich dem vier Toasts. Und ja, danach war ich schon, also wo ich beim ersten Teil sehr ernüchtert war, war ich jetzt echt, ja, ich hab mich sehr gefreut, dann zwei glorreiche Halunken noch zu gucken. Sehr schön, dass das dann deine Erwartungshaltung nach oben getrieben hat. Ja, kleiner Schocker, von meiner Seite, ich bewerte beide Filme gleich, also die Handvoll-Dollar-Filme, einfach, weil ich glaube, ich mag den ein bisschen mehr insgesamt, er ist ein bisschen ausgereifter, aber ich glaube, ich werte nochmal die Daseinsberechtigung, die Van Handvoll-Dollar einfach hat, und für das, was sie letztendlich fürs Genre getan haben, nochmal mit in meine Bewertung auch mit rein, und wie monumental dann doch diese Schritte waren. Hier natürlich hat man dann profitiert von dem Erstlingswerk und konnte dann kleine Sachen, mit denen man vielleicht weniger zufrieden war, dann ausmerzen und dann notwendige Updates dann quasi abgeben, und das in Form natürlich eines zweiten Protagonisten quasi, einen zweiten Anti-Helden mit einzuführen, einen anderen, einen mehr Fokus auf den Antagonisten zu legen. Coole, ebenfalls coole Action-Szenen und Schießereien, die natürlich mit eingehen. Die Story ist ein bisschen ausgefeilter aufgrund des Kopfgeldjäger-Triebs. Inszenatorisch, musikalisch sind die beiden gleich stark für mich. Ich sage mal so, etwas ikonischeres Finale hat natürlich der erste, muss man sagen, meiner Meinung nach. Und das ist ein perfekter Film, der eine Brücke schlägt zwischen diesem ersten und dem dritten Teil, der ein guter zweiter Film ist. Also ich habe gerade Teil gesagt, aber ich meine, Film ist der dann letzten Endes doch schon ein gutes Foreshadowing gibt, wo es dann hingeht und wo dann, glaube ich, jetzt gleich in dem Film alles dann sitzt letzten Endes. Alles, was man vorbereitet hat, wo man bisher war, lohnt sich dann, um da in die Richtung zu gehen. Also vier von fünf Toasts. Let's move on. Zwei glorreiche Alunken 1966. Kam auch in die Kinos in Italien, ebenso auch am Ende des Jahres in den USA und 67 dann in einer kürzeren Fassung als damals in Italien. Kam der auch nach Deutschland. 161 Minuten, also nochmal ein gutes Stück länger. 1,2 Millionen US-Dollar, also auch hier nochmal verdoppeltes Budget. Spielte dann auch 38,9 US-Dollar ein. Ein Riesenerfolg gewesen. Regie Sergei Leone und dann ein, ja, Leone wirkte auch beim Drehbuch zwar noch mit, aber hatte noch drei andere Leute. Einmal Vincenzoni wieder mit am Start und dann Aje und Scapelli. Ein italienisches Drehbuch-Duo, was auch schon viel zusammengearbeitet hat, die dann noch mit reinspringen. Also da hat man schon mehrere Leute für den Writers' Room aufgerufen. Score natürlich Ennio Morricone, vielleicht mit seinem berühmtesten Score, den er je erschaffen hat. Kamera haben wir dann Tonino Delicol, der auch in der Amerika-Trilogie bei Spielmer ist die vom Tod und auch, es war einmal in Amerika nämlich, die Kamera führt. Also zu ihm kommen wir nochmal in der nächsten Ausgabe dann, also in der nächsten Folge über Leone dann nochmal zu sprechen. Und Cast habe ich ganz ehrlich gesagt, fuck off, ich nenne nur die drei, die wirklich in diesem Film eine Rolle spielen. Und das ist Clint Eastwoods, der den Blonden, den Guten spielt, liefern Cleve Setenta, aka dem Bösen, also The Bad. Und Eli Wallach, der Tuco, aka den hässlichen spielt, also The Ugly. Oder Tuco, Benedicto, Pacifico, Juan Maria Ramirez. Schöner Name. Ja, und Bewertungen, der bestbewertste Film quasi der ganzen Reihe, 4,5 auf Letterboxd, 8,8 auf 1 dB, 97 Prozent auf Rotten Tomatoes, also Fernandvoll Dollars auf Rotten Tomatoes hat den besten Tomato-Score, muss man sagen. Ja, dann fass uns mal auch wieder mal in kurzen Worten zusammen. Sascha, worum geht es in zwei glorreiche Lungen, aka The Good, The Bad and The Ugly? Yes. Ja, wir haben, also es ist ein bisschen schwierig, das jetzt kurz zusammenzufassen, weil enorm viel in diesem Film passiert. Aber ich mach's mal kurz. Also wir haben, ich sag mal so, am Anfang des Films haben wir hauptsächlich Clint Eastwood und Eli Wallach am Start. Und die machen so eine Duo-Aktion, weil Eli Wallachs Figur, also Tuco, wird auf den ist an Kopfgeld ausgeschrieben. Und Eastwoods Figur, Blondie, ja, benutzt ihn so ein bisschen, um sich Kopfgeld einzuschleichen, also um das Kopfgeld einzujagen. Und dann schießt er ihn aber frei und gibt ihm die Hälfte von diesem Kopfgeld ab. Und dann wiederholen die das halt so ein bisschen, um halt einfach das Kopfgeld öfters abzusahnen, so. Und das ist halt so ein bisschen die Idee. So, das heißt, die machen da so ihr Ding, werden natürlich dann irgendwann gejagt. Und dann haben wir noch eine andere Figur, gespielt von Lee van Cleve. Die wird in dem Film öfters auch Angel Eyes genannt. Und, ja, er spielt so ein, das habe ich nicht so ganz gerafft, weil erst spielt er so ein Kopfgeldjäger und später ist er aber auch irgendwie so ein Unionsgeneral. Aber da kommen wir dann gleich nochmal zu. Naja, ist ja nichts anderes quasi wie ein korrupter Bulle. Ja, stimmt, eigentlich auch wieder. Ja, und er ist, ja, er sucht eine bestimmte Person und auf diese Person treffen Clint Eastwoods und Eli Wallows Charakter später. Und diese Person liegt im Sterben und sagt den beiden dann, wo 200.000 Dollar in Gold versteckt sind. Allerdings sagt sie die eine Hälfte, nämlich die, wo das liegt, also geologisch, sagt sie nur Eli Wallows Figur. Und Clint Eastwoods Figur sagt sie, wo genau. Also es ist halt auf einem Friedhof, aber unter welchem Grab genau, das erfährt dann nur Clint Eastwood. Und deshalb müssen diese Figuren alle zusammenarbeiten, um an dieses Gold zu kommen. Ja, und so entspringt quasi, also der Film erzählt so eine Art Roadmovie, könnte man sagen, von verschiedenen Figuren, die an verschiedenen Punkten immer wieder aufeinandertreffen. Und ja, zum Schluss letztendlich in einem, ja, epischen Showdown um dieses Gold kämpfen. Ich glaube, das hat's ganz gut erklärt, oder? Sehr schön gemacht, Sascha. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Ich denke, die Leute wissen auf jeden Fall, worum es geht. Ich meine, gerade die Leute, die den Film gesehen haben, werden sich sicherlich schon daran wieder erinnert fühlen, was für Bilder sich dort direkt getürmelt haben, wenn gerade das Stichwort Friedhof fiel. Dazu kommen wir aber gleich noch. Ja, Sergio Leones Western-Meisterwerk wird gerne mal betitelt. Wird jetzt einer der besten Western-Filme aller Zeiten auch betitelt. Höher, schneller, weiter, kann man schon irgendwie auch sagen. Und er fühlt sich schon an wie so ein, ja, ultimatives Sequel, was halt jetzt wirklich nochmal Budget nach oben schreibt. Äh, die Bedeutung des Films nochmal nach oben gehen. Die Action-Szenen nochmal besser ausgearbeitet. Und ja, hat sich das Ding wie so ein fulminantes, großes Finale, wo alles zusammenkommt, was irgendwie in den ersten zwei Filmen sich noch nicht ganz rund angefühlt hat, was schon eine kleine Vorbereitung getroffen hat. Fühlt es sich an wie dieses finale Feeling, was dieser Film dann aufbringt? Ja, das ist mein Avengers Endgame. Also, ähm, nee, das, äh, also ja, also genau das, was du gerade gesagt hast, der, ja, der, der, der bringt so diese ersten beiden Filme so, also die wirken wie so eine Fingerübung dafür, kann man schon sagen. Und ich meine, allein so die Laufzeit von dem Film, also ich, du hast gerade irgendwie 168 Minuten vorgelesen, auf meiner Blu-ray steht. 161 war das, aber das ist auch halt eben die ursprüngliche Kinofassung, glaube ich, die Länge gewesen. Da geht ja mittlerweile sehr viel länger. Ja, genau, weil ich habe, wollte ich nämlich gerade sagen, weil ich, meiner geht nämlich 179 Minuten. Ich habe gerade extra noch mal auf die Blu-ray geguckt. Und, äh, ja, also das ist halt auch schon mal eine Ansage, wenn jemand halt sagt, okay, ich mache jetzt drei Stunden Film, ne, aber wenn du drei Stunden Film machst und halt auch für drei Stunden eine Geschichte zu erzählen hast, dann ist das halt nochmal irgendwie ein ganz anderes Blatt. Und ich finde, also, äh, Zwei glorreiche Halunken schafft das erstaunlich gut. Also ich habe echt, also ich habe ja eben schon gesagt, so nach dem zweiten Teil, also, also nach dem zweiten Film war ich schon sehr gespannt. War eben gerade, weil Zwei glorreiche Halunken ja immer auch so viel zitiert ist und halt so als einer der Beste, wenn nicht sogar der Besten, Wester ever ist oder gilt, hatte ich natürlich dann schon ein bisschen gehobene Erwartungen. Und so, so wie, äh, Leone, dass hier alles irgendwie, ja, also wie diese einzelnen Fäden in diesem Film gesponnen werden und dann halt auch zusammenlaufen zum Schluss und alles irgendwie Sinn macht und keiner offen bleibt. Das finde ich wirklich mehr als beeindruckend. Ja, das ist es auch einfach. Ich habe den ja letztes Jahr, also Ende letzten Jahres nochmal im Kino auch erstmalig sehen dürfen. und ist ja auf der großen Leinwand ja nochmal Wahnsinn. Ich habe es ja schön auf so eine Cinerama-curved Leinwand gesehen. Da kam es auch genau so halt rüber, wie es halt sollte. Schön in der restaurierten Fassung. Da weiß ich noch, da gab es auch noch eine Einführung von einem, der in der Restauration mitgearbeitet hat und hat noch erzählt, wie er damals die U-Aufführung miterlebt hat. Wahnsinnige, wahnsinnig gute Stimmung. Und der Film, er sprüht auch einfach diese, diese Fulminanz auch einfach aus. Alles fühlt sich größer an, alles fühlt sich ausgereifter an. Und es fühlt sich auf das Detail genau perfekt auch einfach an. Also so jeder, jeder Shot, jede Einstellung wirkt durchdacht. Jeder Satz wirkt clever. Jeder Witz in dem Film ist super lustig. Da sitzt einfach so viel. Und das halt auch mit einer Länge von drei Stunden vergeht der Film auch wie im Flug. Und ich bin immer wieder schockiert. 1,2 Millionen US-Dollar, klar, inflationsbereinigt natürlich nochmal eine dicke Ecke mehr Geld. Aber was er aus diesem geringfügigen Budget, sag ich mal so, gemacht hat, ist ja nochmal, spreche ich nochmal Bände. Gerade wenn ich jetzt nochmal wieder in so einen 100-Millionen-Dollar-Film wie Blue Beetle jetzt wieder denken muss, um da auch nochmal in den Kreis zu schließen. Wie fühlt sich das nochmal so für dich einfach im Vergleich einfach mal so an? Ich will jetzt nicht über moderne Filme darüber ranten, aber einfach die Art und Weise, wie du aus diesen Mitteln so einen Film dann auch geschaffen hast. Ja, ich glaube, damals war das auch einfach, da musstest du mit dem arbeiten, was du hattest. Also ich meine, es gab ja, 1966 gab es ja noch nicht so diese, ja, wir machen das im Computer dann, we will fix it in post oder so. Also da haben sie sich wahrscheinlich einfach sehr viel Gedanken gemacht darüber, was die, also wie sie das und was sie da filmen und haben das einfach genailed. Weil ich meine, gerade die anderen Filme, wir hatten ja eben schon über die Budgets gesprochen, die waren ja auch schon nicht so hoch. Und ich glaube, so ein Regisseur wie Sergio Leone hat da einfach extrem gut kalkuliert und konnte deshalb einfach mit so in Anführungszeichen wenig Geld halt so einen, so einen Monster an Film dahin setzen. Ja, Monster an Film, das ist, glaube ich, auch die richtige Bezeichnung. Gerade, gerade, gerade einfach im Hinblick auf diese ganze Entstehungsgeschichte, ist es ja super interessant, einfach mal nochmal zu schauen, was für verschiedene Versatzpunkte es gibt. Du hast halt diese Geschichte nicht nur rund um diese drei Charaktere, du hast einen Film mit drei Hauptfiguren und keine kommt zu kurz. Klar, Screentime ist natürlich ein bisschen unbalanciert. Nicht jeder hat jetzt gleich viel Screentime. Ich würde sagen, liefern Cliff noch die wenigsten. Aber alle drei sind fulminant besetzt worden. Das ist ja auch irgendwie super, super interessant, wenn du mal so nochmal drüber nachdenkst, dass so ein Charles Bronston eigentlich ursprünglich mitspielen sollte, auch ein Westernheld, zu dem wir auch nochmal später kommen werden. Nicht heute, aber in der nächsten Ausgabe. Und auch Jim and Maria Volonte war ja auch wieder im Gespräch gewesen als Tuko. Hätte ja auch gepasst. Auch wenn ich mich frage natürlich, was wäre, wenn Eli Wall auch diese ganze Sache nicht angenommen hätte. Ja, plus es ist dann total auch insane, wenn du mal überdenkst, wie viel dann auch mittlerweile an Geld, auch Clint Eastwood an dem Film auch dann mittlerweile verdient hat. Also natürlich nichts gegen heutige Gagen, aber damals 250.000 Dollar hat er verlangt. Da war ja auch nochmal sehr viel reingeflossen worden. Es ist schon bemerkenswert, wie das alles einfach sich entwickelt hat und wie viel auch einfach an praktischen Effekten da eingestellt wurde. Allein die ganze Kriegsinszenierung, die Brücke, die Rot- und Brücken-Explosion, zu der wir gleich auch nochmal kommen. Aber alles nacheinander. Fangen wir erstmal mit den Figuren an. Der Film bietet halt eine Schatzsuche dreier Figuren untereinander. Und die Grundidee hast du ja schon gesagt, die ist toll umgesetzt. Wie findest du aber grundsätzlich jetzt nochmal die drei Charaktere, wie sie auch nochmal ein bisschen anders interpretiert werden, wie sie innerhalb ihrer Beziehung halt auch konstruiert werden. Und ja, welche Charakterinteraktion blieben für dich auch zum Beispiel in Erinnerung? Ich hätte da zum Beispiel ein paar. Aber fang du erstmal gerne an. Ja, also ich find's halt einmal total krass, wie auch die Beziehung zwischen Eastwoods Figur und Wallach auch immer wieder shiftet. Weil am Anfang hat Eastwood natürlich ganz klar die Oberhand. Aber als er ihn dann später zurücklässt und Tuco das halt nicht auf sich setzen lässt, hat er dann eine lange Zeit die Oberhand. bis zu dem Punkt, wo sie dann herausfinden, ja, wo denn dieser Schatz sein soll, wo sie dann beide wieder gleichgestellt sind. Und zum Schluss dreht sich das dann auch wieder so. Und also das ist, das fand ich war ein sehr interessantes, erst nicht Stilmittel, aber eine sehr interessante Entscheidung beim Schreiben und beim Drehen, die auch für eine konstante Spannung sorgt. Weil du weißt halt nie alles klar, was wird als nächstes passieren. Und wir haben natürlich unseren Scene-Stealer, Liefernd Cleave, auch wieder am Start, der auch hier wieder, wenn er denn mal da ist, die Scene steelt. Und du weißt ja genau, der, ich hab jetzt seinen Namen vergessen, als wen er sich ausgibt, aber der Mann, Bill Carson heißt der, der Mann, der den beiden erzählt, wo dieses Gold liegt, das ist der Mann, hinter dem Liefernd Cleave her ist. Und Tuko übernimmt dann seine Identität. Und in dem Moment weiß man schon, ey, sobald Liefernd Cleave weiß, dass er ihm die Identität geklaut hat, also er sucht ihn ja. Das heißt, da ist wieder so eine konstante Spannung da, die aber nur im Hintergrund irgendwie ist. Weil du ja weißt, das wird zu diesem Punkt kommen, wo diese Konfrontation aussteht, aber du weißt nicht wann. Und da gibt's ganz viele, also ich mein, ich hab eben schon gesagt, der Film guckt sich wie so ein Roadmovie, einfach weil, ja, sie reiten ja letztendlich zu diesem Friedhof zusammen und erleben unterwegs ganz viele coole Sachen. Und auch, dass dann so ein Gag mal dabei ist, fand ich irgendwie cool. so, weil das, also ich hab jetzt bei den, vielleicht war bei den ersten beiden auch mal so ein kleiner Witz dabei, aber es, also nichts, was ich jetzt irgendwie, was mir im Kopf Gedächtnis geblieben bin. Aber allein die Szene, wo die da in den konföderierten Kleidern, ähm, in diesem Planwagen sitzen und ihnen dann scheinbar konföderierte Soldaten entgegenkommen und die dann sagen so, ja, ja, alle hier, General Lee und sowas, ne, und dann klopfen die sich halt nur den Staub runter und das sind in echt nur Unionssoldaten. Ja. Das ist, das ist schon sehr krass gewesen. Also da musste ich schon, also, das hat mich sehr glücklich gemacht in diesem Moment. Ja, das ist, das ist eine super memorable Szene, die hat mich auch direkt im Kopf gehabt. Was ich auch super liebe, sind, ähm, die einzelnen kleinen Charakter-Momente. Es gibt ja dieses Kapitel, wo, äh, Tuko zusammen mit, äh, dem Blonden, bei seiner Familie landet, bei seinem Bruder. Und dann diese Szene, wo sie ja zusammensitzen und, äh, Tuko sich ja komplett aushäut über die ganze Beziehung zu seinem Bruder und, äh, wie er sich selbst halt, äh, total schwierig im Leben sieht und was für eine Enttäuschung er doch ist. Und Clint Eastwood einfach die ganze Zeit noch zuhört und ihm einfach dann den Zigarillo in die Hand drückt und sagt, ja, zieh mal dran, dann kannst du besser kacken. Ja. Ähm, großartiger Moment, liebe ich zum Beispiel auch sehr gerne. Ähm, ja, Memorable natürlich dann auch, äh, gerade, gerade in der, in der Form auch, wie er inszeniert ist, auch einfach der Film. Und, was ich, äh, zum Beispiel auch cool finde, ist dann, äh, das Geigenmotiv halt, was immer, immer wieder reingebracht wird, ähm, zunächst zu Beginn und wie es dann nochmal am Ende auf dem Friedhof nochmal zurückkommt mit, äh, dem Geigen, äh, wo dann am Ende Eli Wall auch, ähm, dranhängt und, äh, Clint Eastwood die ganze Zeit als, äh, als Hurensohn dann bezeichnet, äh, ununterbrochen, großartiges Comeback, ein großartiger Moment, um den Film auch abzuschließen, meiner Meinung nach, und auch diese ganzen Beziehungen zwischen den beiden abzuschließen. Und, äh, liefern Cleve natürlich als, äh, äh, Agent of Chaos, möchte ich ihn ja schon fast nennen, ähm, dann quasi die ganze Zeit mitinteragiert und dann neben, nebenher läuft und immer wieder zuschlägt, wenn es gerade notwendig ist und er ist auch mal als Eiskite auch bleibt, bis es dann in Richtung Friedhof dann geht, zu dem wir gleich, äh, jeden Augenblick kommen, denn wir müssen natürlich über den berühmtesten Score von Ennio Morricone reden, denn die Ecstasy of Gold, ähm, ist natürlich hier das berühmteste Werk und ein Werk, was, glaube ich, auch mittlerweile in Werbungen und sowas verwendet wird, ähm, ja, was sagst du natürlich zu diesem großen Werk plus natürlich den Score, der danach noch, äh, ganz groß aufgebaut wird am Friedhof, als der finale Showdown stattfindet, wo, wo der White Shot vom Friedhof, äh, also die, die Außenaufnahme groß, groß, groß aufgebringt, alle drehen sich im Kreis, nehmen ihre Position zum Showdown ein und dann setzt am Ende dieses da, 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 ein und, äh, alles wird dann zu super episch und du denkst dir, okay, das große Finale steht an, alles wird aufgebaut, alles ist pompös, du bist selbst gerade so daran, deine Faust in die Luft zu strecken und sagen, ja, 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 das ist so, das ist so, keine Ahnung, mit, 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 mit so einem Musikscore überredet man Leuten wahrscheinlich auch, ähm, der Armee beizutreten, was eher in dem Film ja auch quasi indirekt ein bisschen passiert. Ja, schon. Ähm, ja, wie findest du es? Ich, ich, kann, 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 kann nicht genug Worte drüber verlieren. Ja, ich find den Score halt absolut krass, ne, also, es ist, weißt du, es bleibt einem so im Kopf, ne, dieses so, und, also, gerade im Vergleich zu den, ähm, also, zu den anderen beiden ist das hier halt nochmal ein ganz anderes Level, was Morricone hier abgeliefert hat. Also, ja, das ist, was ich eben schon meinte, so, dieses, dieses Leitmotiv, was sich so durch dieses ganze, ja, durch diesen ganzen Film zieht und halt auch immer epischer wird, ne, und in Variationen vorkommt, so, und, also, es ist, es ist wirklich einfach nur krass. kennst du dieses Meme mit diesem Pianisten am Strand, wo der auf so einem brennenden Piano spielt? Also, das ist so das, wo ich so dran denke, gerade, also, wie er das geschrieben hat. Morricone on Fire. Ja, wirklich, wirklich, es ist, es ist einfach nur, einfach nur gut. Also, ja, ja, wie gesagt, Ecstasy of Gold, allein der Moment, wo das einsetzt, du hast, du hast, siehst wie der Blonde halt, die Kanone abschießt, Eli Wallach, Tuko rennt, 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 rennt da vorweg, springt von der Explosion weg und dann auf einmal landet er auf diesen, genau auf diesem Friedhof und dann auf einmal merkst du, dö, 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 und dann, und dann, und dann, dann dreht sich die Kamera die ganze Zeit und du bist genau so in dieser Ekstase so mit, wow, du hast, du hast diesen Ort gefunden und das fühlt sich auch genau jetzt gerade an, dass, dass du diese Musik zum richtigen Zeitpunkt einsetzt, weil die wurde immer nur angedeutet, aber dann wurde sie genau zu dem Moment, dann genau richtig gespielt und das macht Filme so magisch, wenn Musik, Bilder und der Story, das Highlight der Story, also der Klimax, dann zusammen ineinander greifen, da weißt du dann, okay, du bist drin in diesem Film, das, was du siehst, ist was Einmaliges, das wirst du so in der Form nicht jedes Jahr sehen, sondern einmal jede Generation und das ist dieser Moment für die Ewigkeit, der dann geschaffen wird. Ja, vollkommen. Und ja, im finalen Showdown, wie gesagt, wenn es dann nochmal explodiert, ich höre diesen Score auch gerne mal auf Kopfhörer, wenn ich irgendwo unterwegs bin, das gibt einem so ein gutes Gefühl von Unbesiegbarkeit für mich, kann ich nur sagen, ich liebe alles daran und wie gesagt, das ist jetzt reines Fanboying hier, was ich hier betreibe, ich kann da gar nicht, gar nicht objektiv an die Sache rangehen, es ist einfach wunderschön einfach. Ja, wunderschön ebenfalls natürlich auch die Inszenierung des Films, Schietereien, Explosionen, Duelle, Hinrichtungen, alles ist dabei, was auch den Western ausgemacht hat innerhalb der letzten Jahre, dann in den drei Jahren, in dem Leona einfach mal diese Trilogie raushaut. Und es ist quasi ein Best-of und ich habe jetzt eine Frage so formuliert, ist es ein Best-of von allem oder ist es eher ein Wiederkauen, bekannter Muster? Ich spare mir das eigentlich und sage, nein, es ist nicht, weil gerade die Art und Weise, wie der Film inszeniert ist, was da reingebraucht wurde, alleine dafür, ich hebe mal diese Brückenexplosion zum Beispiel hervor, die Inszenierung und die Schlacht, die da auch folgt. Allein die Brücke wurde von spanischen Soldaten gebaut und die wurde zweimal gebaut, weil bei der ersten Sprengung die Kameras nicht liefen. Ach nein. Und da musste sie noch ein zweites Mal gebaut werden und dann wurde es eingefangen. Genauso wie der Friedhof am Ende gebaut wurde von den Soldaten. Also da sind so viele Sachen dabei und auch, glaube ich, wenn ich mich noch recht entsinne, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir liegen, haben die auch das erste Mal einen neuen Waffenstandard gehabt. Also du merkst ja auch dann auch in den Filmen, das Waffenhandling und die Art und Weise, wie die Waffen inszeniert werden, fühlt sich auch ganz anders an. Also gerade, wenn das mit Fistful of Dollar vergleicht, ganz anders. Und hier hat man auch, glaube ich, einen neuen Standard reingebracht, der auch in den USA dann auch viel stärker verwendet wurde und für Western auch dann sehr zielgebend war, mal mit ganz anderen Revolvern und mit neueren Versionen. Das hat den Film auch noch mal sehr stark ausgemacht, wenn man da ein bisschen mehr reinliest. Ja, was sagst du? Brückenexplosion, Friedhofsinszenierung und natürlich auch, nicht zu vergessen, die ganze Humor, wie hat dir der Humor in den Filmen gefallen? Der Film ist ja super one-linerig aufgezogen. Ja, also alles, was du gerade sagst, halt mega. Also auch als, wenn Tuco zum Schluss, also ich sage mal, im letzten Drittel vor dem Friedhof so wegläuft, und Blondie dann so ganz, ja, mit seiner Zigarette so ganz stumpf so eine Kanone einfach anzündet und auf ihn schießt. Weil das hat auch so was Lockeres wieder, was dann halt auch so wieder so ein bisschen humoristisch ist. Also alles, also ich war wirklich, ich saß einfach nur mit offenem Mund bei mir auf der Couch und hab mir gedacht so, boah, wie kann, wie kann dieser Film so gut sein? Also ich war einfach nur begeistert. Also wie gesagt, also diese Brücke, ne, und also kurz vorher sieht man dann ja diese Unionssoldaten, die ja eigentlich auch alle nur noch auf Alkohol da sind, weil sie sonst diesen Krieg nicht ertragen können, so. Also es ist ja auch dann schon irgendwie direkt noch so ein, in diesem Film, in diesem Cowboy-Western-Rode-Movie-Buddy-Film, ist dann ja auch noch irgendwie so ein Anti-Kriegs-Ding mit Eingeflochten einfach und das wirkt halt alles nicht, nicht deplatziert, so. Es ist halt alles irgendwie so perfekt Eingeflochten in alles, so. Und das, ja, also ich mein, über diese, diese letzte, allerletzte Szene, wo sie da auch wieder diese Ultra-Close-Ups haben, wo dieses Duell ist und Blondie ja eigentlich schon von Anfang an weiß, wie es ausgehen wird, ne, weil er ja alles präpariert hat dafür. Also es ist schon nicht nur clever, das ist schon meisterhaft, einfach wie das inszeniert wurde und wie das alles hier geschrieben wurde. Also ich bin wirklich einfach nur hin und weg. Ja, der Film ist auch einfach eine komplette Souveränität durch und durch. Alle Szenen fühlen sich halt wie im Flow an. Alles, nichts, nichts hat wirklich, wirklich zu wenig Fett dran, sondern alles ist wirklich schmackhaft gemacht, schmackhaft inszeniert. Du hast jetzt auch gerade so diese ganzen Kriegskommentare nochmal noch erwähnt. Ja, da merkst du auch so ein bisschen, das europäische Kino wirkt auch einfach ein bisschen weiter und reflektierter nochmal auf solche Besinnungen, als wenn Western in den USA außerhalb von John Ford, John Ford hat das auch noch ein bisschen mit reingebracht, wenn du dir, wenn du The Searchers denkst, denkst, wenn das da auch um einen Rückkehrer geht vom Krieg. Aber da kommen die, dieser Pessimismus nochmal sehr stark einfach, gerade auch in Italien nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn man da nochmal drüber nachdenkt, fließt das auch nochmal super stark mit rein, dass man da eine Gesellschaft auch kommentiert, die gar nicht mal weiß, wo sie hingeht und nur aufs Oberflächige achtet, aufs Geld aus ist und irgendwie die eigene Sicherheit aufs Spiel dafür einsetzt und das sieht man auch immer sehr stark. Und ja, was soll man sagen, die Schlacht ist großartig, wie diese ganze erste Partie mit den Hängeangriffen und wie Warlock oder abgeschossen wird, der Showdown am Ende, großartig. Und wie gesagt, ich liebe diesen Film auch gerade wegen seines Humors, die einzelnen One-Liner sind super gesetzt. Ich liebe fast jeden Satz, den Tuku raushaut, weil er auch eine sehr witzige Figur ist, auch gerade zum Beispiel, wenn seine Kollegen dann auf einmal auftauchen, die da in dieser Höhle drin sind. Das ist ja auch eine super lustige Szene. Gefällt mir alles ziemlich gut und rundet auch das ganze Ding auch wunderbar ab. Hier stimmt halt alles. Und ja, wir haben es irgendwie geschafft, jetzt so relativ in schneller Zeit viel über den Film auch schon auszusagen. Gibt es noch einen Punkt für dich, den du noch gerne ansprechen würdest, bevor wir auch hier schon eigentlich richtig im Fazit gehen können? Nee, ich glaube, wir haben alles an Lobesfilmen dann rausgehauen, was wir haben. Ja, also wie gesagt, das Ding, das Ding, was die Filme auch ausmacht, sind, die sind halt Spektakel. Und so funktioniert halt irgendwie auch Blockbuster-Kino für mich. Und jetzt, um auch ins Fazit zu gehen, sowas erwarte ich mir auch von einem Blockbuster-Kino. Es muss nicht das Tiefsinnigste haben. Es muss jetzt nicht die große Charakterreflektion sein. Es muss aber Charaktermomente haben. Es muss Charaktere haben, die dir nicht egal sind. Alle drei sind mir nicht egal. Ich liebe alle drei Charaktere, wie sie inszeniert werden, welche privaten Momente sie kriegen, wenn die Interaktion kommt. Gerade, wie gesagt, ich habe es hervorgehoben, Tuko und seine Familienkonstellation, die da kommt und wie dann auf einmal Blondie auch reagiert. Das sind tolle Momente. Du hast immer noch diese coolen Anti-Helden. Keiner von denen ist unsympathisch, aber auch keiner ist jetzt der hundertprozentige Sympathieträger in der Geschichte. Es ist halt, die Größeren fressen und fressen die Kleinen. Friss oder stirb. Zeitalter. Und das zeigt auch wieder die dichte Inszenierung natürlich der ganzen Prärie, die ganzen Knochen, die überall liegen, die Leichen, die den ganzen Weg pflastern. Sei es vom Krieg, sei es von Outlaws wie die drei oder von Leuten, die halt keine Grenzen, keine Gesetze kennen. Das ist untermalt in einer fantastischen, langen Kameraeinstellung, tollen Landschaftsaufnahmen, auch beeindruckenden Close-Ups wieder mal. Ich kann mich da auch nur wiederholen. Hier setzt man nochmal mit der Action ein drauf. Das Geld, was man bekommen hat, wirklich toll genutzt. So viele erinnerungswürdige Szenen, die dazu kommen von einzelnen Duellen, Hinrichtungen, der Brückenexplosion, der Friedhof. Ich kann mich da noch wiederholen. Fünf von fünf Toasts. Für mich ein Meisterwerk, das seinesgleichen sucht, das er auch tatsächlich auch in einem anderen Film wiederfinden wird. Aber dazu reden wir in der nächsten Episode über Leone. Sascha, ich gehe mal davon aus, das ist für dich auch natürlich der beste Film der Reihe. Darüber müssen wir nicht reden. Aber was sagst du noch am Ende und was für eine Bewertung hast du am Ende abgegeben? Ja, also grundsätzlich auch so auf jeden Fall der beste Film von den Dreien und Koloss von Rodos, der ja auch außerhalb so ein bisschen jetzt steht, aber von den Leones, die ich jetzt gesehen habe, von den vier, auf jeden Fall der beste. Ich meine, viel mehr muss ich nicht sagen. Wir haben eigentlich alles eben schon erzählt, irgendwie im Laufe der Sendung. Alles, was hier passiert, ist schon wirklich einfach meisterhaft. Und dieser Film hat mich echt von Anfang an direkt gepackt. Und dass wir, also dass ich so auf diesen Film reagiere, nachdem ich den ersten gesehen habe, hätte ich nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe dem jetzt noch viereinhalb gegeben, statt fünf, weil ich bei Erstsichtung nicht gerne fünf Sterne verteile. So, ist so ein Ding von mir. Ich kann mir aber vorstellen, wenn ich den nochmal sehe und dann nochmal so ein bisschen auf mehr achte und oder den vielleicht sogar im Kino sehe, wenn er hier irgendwo mal läuft. Ich hoffe, du wirst diese Chance erhalten. Ja, dann sehe ich den auf jeden Fall, also ich sehe ihn eher wachsen, als dass ich ihn abwerte, wenn ich ehrlich bin. Aber das, das, das sehen wir dann. Aber ich, ich hatte auf jeden Fall Bock, den nochmal irgendwie zu sehen und ja, viereinhalb von fünf und ich bin voll dabei. Ja, sehr schön. Wie gesagt, es lohnt sich im Kino. Im Kino hat das, finde ich, die Bestwertung auch nochmal manifestiert, weil das ist halt einfach so ein wilder Ritt, den du erlebst und das sieht man halt nicht oft im Kino, dass du so gepackt wirst. Ja, danke dir Sascha, dass du da warst für diese, ja, kurz und knackige Besprechung dreier Filme. Wir sind jetzt heute nicht ausufernd geworden, wir sind knapp an den zwei Stunden unterwegs und haben, denke ich mal, einiges besprochen, aber auch natürlich jetzt nicht komplett die Tiefe, wir hätten natürlich die Produktionsgeschichte komplett nochmal hervorheben können, aber ich meine, schaut euch die Filme an, es gibt genug Bonusmaterial dazu, was nochmal alles besser erklären könnte, aber wir wollten trotzdem einfach mal über die Filme geredet haben und ein bisschen Lob auch aussprechen an die großen Stars, die daraus rausgekommen sind, seien es Clint Eastwood, sei es Sergio Leone, sei es Ennio Morricone, sei es Lee von Cleve, die alle zu großen Legenden avanciert sind, können wir uns nur verbeugen. Danke für diese tolle Trilogie, danke, dass ihr Western sehr besonders gemacht habt, gerade den Italo-Western für uns nahegebracht habt, für mich als Kind sehr prägend gewesen. Ja, gibt es noch finale Worte von dir, Sascha, bevor ich in die Verabschiedung gehe? Nee, auf gar keinen Fall, also ich habe, ich habe gerade nichts mehr zu sagen, ich bin begeistert, ich freue mich auf die nächste Folge. Das wird dann nochmal ganz anders? Das wird nochmal ganz anders, ich meine, da haben wir auch nochmal einen Western oder zwei Western, weiß ich gerade nicht mehr, nochmal zwei Western und ein Charakter-Gangster-Piece. Ja, und Robert De Niro. Ganz genau. Genau, da freue ich mich sehr drauf, auf die drei Filme und ja, ich danke, dass ich hier sein durfte, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne doch, ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme und ja, für euch bleibt noch die Aufgabe, wenn ihr mal gerne in diesen Podcast reinhört, hinterlasst positive Bewertungen, gute Bewertungen auf Spotify und allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music und abonniert natürlich auch unsere Social Media Kanäle auf Twitter, auf Instagram, auf TikTok und schaut natürlich auch gerne rein, wenn wir unsere Rezensionen veröffentlichen auf unserer Seite filmtos.de, wo ihr auch den Podcast natürlich auch reinhören könnt und ja, Sascha schreibt zum Beispiel aktuelle Rezensionen zu aktuellen Filmen wie Blue Beetle, mehr oder weniger oder Geisterwille, auch ein ganz toller Film, Ironie off und ja, ich verabschiede mich dazu, es war mir eine Freude über diese Filme geredet zu haben, ich hatte sehr viel Spaß gehabt und wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer neuen Ausgabe vom Filmfuhrstück. Gute Nacht. Tschüss. 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 Tschüss.